Dankeschön. Dankeschön. Gut. Ja, dann herzlich willkommen, volles Haus, hier in der Digital Society beim 38. netzpolitischen Abend. Wir haben heute eine Podiumsdiskussion zum Thema Digitalpolitik, was wird uns da möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode erwarten nach der Wahl. Mein Name ist Lena Doppelbricks, ich werde moderieren und wir haben hier von den Parteien eine Vertreterin und zwar den Andreas Hanger von der ÖVP, dann den Douglas Hoyosch von den NEOS, als drittes den Jörg Neumeyer von der SPÖ und die Sigil Maurer von den Grünen. Wir haben auch bei Jetzt angefragt und bei der FPÖ angefragt, aber leider ist da niemand gekommen. Worum wird es gehen? Wir haben ein sehr, sehr breites Themenspektrum heute. Digitalisierung ist ja ein absolutes Passwort im Moment in der Gesellschaft und trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, in der letzten Legislaturperiode ist der Regierung dazu bloß mal nur Überwachung eingefallen. Viel anderes hat es dazu nicht gegeben. Das heißt, das Überwachungspaket wird natürlich heute ein Thema sein. Es ist ja auch jetzt gerade Gegenstand einer Prüfung durch den Verfahrensgerichtshof. Und darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass es, also wir sind drei einladende Organisationen heute, der Netzpolitische Abend, die Digital Society, die hier die Gastgeberin ist und Epicenter Works. Und Epicenter Works hat sich die Arbeit angetan, ein netzpolitisches Wahlbarometer zu erstellen, das Sie auch finden, wenn Sie es im Internet suchen oder wenn Sie sich merken, Sie können es auch unter epicenter.works-content-das-netzpolitische-wahlbarometer aufrufen. Und da finden Sie Fragen an alle kandidierenden Parteien, auch an jetzt die FPÖ und den Wandel. Die FPÖ hat sich allerdings auch dort nicht geäußert. Und zusätzlich wurden aber auch das Abstimmungsverhalten und die politischen Handlungen der letzten Legislaturperiode und auch in der EU der verschiedenen Parteien analysiert. Und das wird als Thema hier natürlich einfließen, weil wir hier auch die Fragen da zum Teil herausgenommen haben, zum Teil damit abgestimmt haben. Wir haben fünf Felder, die wir diskutieren werden. Wir haben das Feld Überwachung. Natürlich ein großes Thema, weil dazu gab es einfach genug Material in der letzten Legislaturperiode. Ich werde die einzelnen Themen immer kurz einleiten. Digitalsteuer, dann das Thema Cade-Speech, Rahmenbedingungen für Online-Medien, Social Media. Das werden wir eher nur relativ kurz abhandeln, weil dazu gab es erst vor ein paar Tagen eine ähnliche Diskussion im Presseclub Concordia, dann EU-Themen, was soll auf der EU passieren und dann auch im weitesten Sinne Datenschutz, E-Health, elektronische Patientenakte und als Abschlussthema die Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Vom Ablauf her wird es so vonstatten gehen, dass ich einen Themenkomplex einleite. Wir haben für jeden Themenkomplex ca. 20 Minuten Zeit. Wir werden insgesamt eineinhalb Stunden diskutieren und dann noch eine halbe Stunde Fragen aus dem Publikum ermöglichen. Da würde ich Sie bitten, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie eins der Mikrofone, also ich kann dann mit Mikrofone herumrennen oder Sie kommen vor und verwenden das Mikrofon. Und ca. 20 Minuten pro Thema Komplex. Ich werde es kurz einleiten mit einer Fragestellung, eher einer allgemeinen Fragestellung. Und die drei Herrschaften und die Frau-Frauschaft haben dann die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Und ich werde natürlich auch mit ein bisschen querfragen. Also insgesamt, wie gesagt, Sie haben drei bis vier Minuten pro Thema Komplex. Also ich würde Sie bitten, eher kurz zu antworten, damit man dann auch ein bisschen miteinander natürlich auch reden kann. Ja, Full Disclosure am Anfang. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn man mit Leuten per sie ist, mit denen man normalerweise per du ist, oder mit Leuten per du ist, mit denen man normalerweise per sie ist. Ich bin mit den beiden auf der von mir aus rechten Seite sitzenden per du und mit ihnen bei den per sie. Ich werde es auch bei den Fragen so halten, wenn das okay ist. Ich kann aber gern du sein. Achso, das ist mir auch recht. Sonst haben wir alle per du. Gut, das löst das Problem auf elegante Art und Weise. Wunderbar, vielen Dank. Okay, gut. Na, dann starten wir gleich los. Der erste Themablock ist eben der Themablock Sicherheitsgesetz, Überwachung, Bundestrojaner. Im diesjährigen Forum Alpacht, das ja jetzt gerade auch erst zu Ende gegangen ist, gab es das Generalmotto Freiheit und Sicherheit. Tatsächlich hat man den Eindruck, dass das Thema Freiheit dann vielleicht doch nicht so ganz hoch oben auf der Ideenliste steht, sondern dass die Sicherheit eigentlich immer stärker eingeschränkt wird. Wir schreiben heute den 11. September, einen Tag, an den wir uns wahrscheinlich im Jahr 2001, die meisten von uns sehr gut erinnern. Und dieser Tag im Jahr 2001 wird auch sehr oft zum Anlass genommen, um zu sagen, Terrorismus, wir brauchen jetzt irgendwie ganz viel Überwachung und ganz viel Sicherheit. Gerade in Österreich habe ich nicht den Eindruck in den letzten Jahren, dass das irgendwie das Hauptthema, das Hauptproblem gewesen sei. Das heißt, es gibt da sehr viele Themen, die an die Menschenrechte und an die Freiheitsrechte Grenzen, Zensurmechanismen, Gefährdung der IT-Sicherheit durch Bundestrojaner. Die ÖVP hat dazu vielleicht möglicherweise auch noch was zu sagen, was das Thema Hacken betrifft. Verstärke-Videoüberwachung, Kennzeichnungserfassung. Also wie können wir diese Balance erhalten, diese Balance aus Freiheit und Sicherheit, die in Alpbach das zentrale Thema war. Was meinen Sie dazu? Wer möchte beginnen? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, ich habe Sie jetzt angesprochen, also fangen wir bei dir an, ich habe dich jetzt angesprochen. Ich einleite natürlich auch, danke für die Einladung. Ich möchte vielleicht einleitend auch bemerken, also ich bin Andres Hanger mein Name, komme aus dem Ostviertel, bin dort Walschweiserabgeordneter, bin jetzt in ein paar Themen relativ tief drinnen. Wir werden das dann später diskutieren. Ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit der Frage Digitalinfrastruktur, sprich Breitband, Glasfaser, 5G. Bei den anderen Themen habe ich mich jetzt natürlich auch entsprechend eingelesen und tatsächlich ist es ja so, dass man die Positionen der Parteien relativ gut nachlesen kann. Aber zu dieser einleitenden Frage, wie ist mein Zugang? Ich glaube, es ist letztlich so, dass es eine ganz starke Frage ist, die Interessensabfügung. Also mir persönlich sind diese Persönlichkeitsrechte und diese Freiheitsrechte natürlich auch ganz wichtig und ich habe selber auch George Orwell gelesen und habe mir gedacht, also in so einer Welt will ich natürlich auch nicht leben und man muss da ganz, ganz vorsichtig mit umgehen. Aber ich sehe dann schon auf der anderen Seite die Interessenslage, wenn ich mit Menschen in der Exekutive rede, die halt auch präventiv für Terrorismusbekämpfung oder die halt auch mit diesem Thema konfrontiert ist, aus dieser Ecke kommt dann schon sehr stark auch der Wunsch, dass man dann diesen Menschen Instrumente in die Hand geben will. Zum Beispiel der Bundestrojaner, beton aber noch einmal, da braucht es ganz strenge Schutzmechanismen dahinter. Wir müssen alles daran setzen, natürlich, dass da wirklich auch zu keinen Missbrauch kommen kann. Aber diese Interessensabfügung sehe ich schon und alle, die sagen, naja, wir Bundestrojaner, das geht gar nicht. Ich kann das nachvollziehen, aber da hätte ich schon die Bitte, was ist die Alternative dazu? Weil ich glaube schon auch, wenn man staatlich gar nicht mehr irgendwie quasi so quasi die Freiheit des Internets ganz oben drüber und staatlich dürfen wir noch gar nichts mehr tun. Ich glaube, es gibt schon auch private Interessen. Es gibt auch, und ich kann gar nichts übrigens zu diesem Hackerangriff sagen, weil ich da auch nur Medieninformationen habe, aber ich denke schon, dass es halt auch internationale Unternehmen gibt, die da schon gerüstet sind darauf, diese Dinge tun zu können. Mir sagen manche Menschen, es gibt auch schon mal Software, wo man quasi meinen persönlichen WhatsApp-Verkehr quasi auch abgehört oder jetzt quasi nachverfolgt werden kann. Das hat jetzt noch gar nichts mit einer staatlichen Aufgabe zu tun. Also mein Statement dazu ist ganz klare Interessensabfügung. Wir müssen diese Persönlichkeitsrechte, diese Rechte des Einzelnen, diese Freihetsrechte ganz, ganz ernst nehmen. Und wenn wir Instrumente einsetzen mit den Bundestrojanern, müssen wir das ganz vorsichtig tun. Wir müssen wirklich auch Mechanismen schaffen, wie zum Beispiel natürlich richterliche Einwilligung. Wir müssen Schutzmechanismen schaffen, dass es zu keinen misstrauischen Anwendungen kommt. Aber ich verstehe schon auch, dass unsere Exekutive entsprechende Instrumente haben will, um hier auch präventiv agieren zu können. Darf ich noch einmal kurz nachfragen? Wäre es aber nicht eigentlich Sinn und Zweck einer Regierung oder Sinn und Zweck des Parlaments, da Gesetzeseingaben zu geben, die von vornherein sich an die Grundrechte halten? Meine Information schon da ist der, dass das eben genau derzeit geprüft wird. Es gibt, glaube ich, auch eine andere Rechtsmeinung dazu. Letztlich muss man eh abwarten, wie die obersten Gerichtshöfe hier das entscheiden. Und das gilt es, glaube ich, auch so. Danke. Machen wir vielleicht weiter. Douglas oder Douglas? Douglas. Douglas, danke. So wie die Parfümerie. Ja, vielleicht darf ich an Andreas anschließen. Du hast von Instrumenten gesprochen und ich glaube, das ist genau die Gefahr, die da drinnen ist. Also es ist einfach so, dass Instrumente wie ein Bundestrojaner extrem leicht missbraucht werden können. Und das ist genau die Gefahr. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir probieren einmal und schauen, was der oberste Gerichtshof durchlässt und den Rest kippt man. Das ist so ein bisschen das, was die letzte Regierung aus meiner Sicht immer wieder in heiklen Fragen gemacht hat. Die Verantwortung der Politik abzuschieben auf die Gerichte. Und das halte ich für einen falschen Weg. Natürlich ist Sicherheit wichtig, aber man darf die Grund- und Freiheitsrechte eben nicht einschränken damit. Und wie viele Gefahren das birgt, haben wir immer wieder gesehen. Nämlich, was heißt so ein Bundestrojaner? Das heißt, dass der Staat oder die Polizei, aber irgendein staatlicher Apparat Zugang hat oder sich Zugang zu einem Computer, zu einem Betriebssystem, zu einem Handy, was auch immer, gewähren muss. Und damit brauchst du Sicherheitslücken. Was heißt das? Das heißt, es müssen wissentlich vom Staat Sicherheitslücken da sein. Das heißt, erstens, jeder andere kann auch auf diese Sicherheitslücke zugreifen und kann darüber mit ganz ruhig, langsamen Daten absaugen. Ich weiß, das ist bei der ÖVP passiert. Also genau solche Dinge wären dann vielleicht einfacher, weil wenn jemand diese Sicherheitslücke kennt, dann kann er alles damit machen. Das ist übrigens auch der Fall gewesen bei der CIA, die WannaCry, einen sehr bekannten Trojaner, gekannt hat. Also die Sicherheitslücke dahinter gekannt hat und dementsprechend massenhaft von Krankenhäusern, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, viele vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, was war das knapp, massenhaft von Krankenhäusern angegriffen waren. Diese Sicherheitslücke war bekannt, weil sie genau für solche Instrumente genutzt wurde. Und das ist dann am Ende die Frage, habe ich damit mehr Sicherheit gewonnen oder habe ich nicht eigentlich viel mehr Unsicherheit geschafft, wenn eben beispielsweise Krankenhäuser oder andere wichtige Institutionen auch angegriffen werden können. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, wenn ich Zugriff auf einen Computer habe, und das ist ja genau die Diskussion, die wir gerade mit der ÖVP führen, die ja sehr lustig ist, ist ja auch die Möglichkeit, dass ich Dokumente verfälsche. Das heißt, auch alle Daten, die ich de facto von so einem Computer absauge oder von einem iPhone absauge, sind rechtlich nicht haltbar, weil am Ende des Tages ich genauso behaupten kann, ich habe diese Dokumente alle nie so gemacht. Die SMS-Verläufe, Chatverläufe, was auch immer, wurden alle gehackt, abgesehen davon, dass eigentlich der Staat nach dem Besetzungsentwurf eigentlich nicht auf alle Dinge Zugriff hätte, nur das ist bei der Sicherheitslücke relativ egal, weil du hast dann auf den Computer Zugriff oder aufs Smartphone und eben nicht nur auf Chatverläufe und ähnliches, wie es eigentlich in den Erläuterungen vorgesehen wird. Also dementsprechend ist das Ganze einfach ein Riesenchaos, was da am Ende des Tages entsteht. Und das Einzige, was wirklich entsteht, ist, dass unsere Grund- und Freiheitsrechte massiv angegriffen werden. Okay, danke. Ja, in Wahrheit zeigt sich genau an dieser Frage schon zu Beginn, wie komplex das Thema für Digitalisierung und Netzpolitik ist. Genau die Ausgangslage, warum wir heute hier sitzen und diskutieren. Und das war auch der Grund, warum NEOS und SPÖ gemeinsam den Bundesdoriener vor das Verfassungsgerichtshof gebracht haben. Es stimmt schon, dass sich die ÖVP immer wieder, auch die FPÖ, dahinter verstecken. Geschwind einmal was zu machen, wird schon durchgehen, oder schauen wir mal. Beim Bundestroianern war es uns aber besonders wichtig, und ich glaube, da darf ich für uns sprechen, das aktiv zum Verfassungsgerichtshof zu bringen. Der Douglas hat schon ein paar Punkte angesprochen und ich möchte nochmal den Aspekt der Unsicherheit aufgreifen. Es ist nämlich in zweierlei Hinsicht Unsicherheit. Erstens vertrauen wir alle gemeinsam immer weniger dadurch in IT-Lösungen, vor allem in staatlich irgendwie geförderte, unterstützte IT-Lösungen. Und zweitens der Aspekt mit sensiblen Daten ist einfach nirgends von der Hand zu weisen. Und in dem Moment, wo der Bundestroianer auf einem unserer Handys ist, sind wir alle offen, sind unsere Familien und unsere Freunde offen. Und ich sage es jetzt einmal salopp, die Geschichte hat sie. Jeder Kriminelle kann rein, wie er auch immer möchte. Und in dieser Kombination, Bundestroianer, in der Kombination Videoüberwachung, ASFINAG, Kennzeichen, die einfach abgecrawled werden, bis hin zu der Gesichtserkennung, kommen wir dann schon langsam aber doch genau in das Beispiel, das Sie angeführt haben. George Orwell 1984. Und dann reden wir über Totalüberwachung und dann reden wir meiner Ansicht nach über den größten Lauschangriff der Zweiten Republik. Und auf die Frage, was man tun soll, und der Frage, wie man die Polizei unterstützen soll, ist die Antwort relativ simpel. Wir brauchen allein in Wien 1500 Polizisten mehr. Wir brauchen Planen. Das ist Fakt. Die Instrumente müssen wir nachgeben. Da brauchen Sie nicht zu lachen. Es gibt immer noch den analogen Menschen, der am Ende vom Tag Recherchen betreiben muss. Es gibt Menschen, die über Täter und Verursacher urteilen müssen. Und denen Herr werden müssen. Nur der Bundestroianer allein mit allen Sicherheitsaspekten, mit allen Aspekten der Vertrauensfrage und, 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 wird da nicht reichen. Wir müssen die Polizei ausfinanzieren und wir müssen der Justiz weitere Mittel in die Hand drücken. Wir werden da bei anderen Themen noch dazu kommen. Aber in der Frage, Bundestroianer, in der Kombination mit den anderen Aspekten, ist das für mich Totalüberwachung. Und hat in keinster Weise, wenn wir es mit Grundrechten oder der Sicherung von Grundrechten zu tun. Sie sind die Grünen auch dafür, dass 1500 Polizisten in Wien mehr gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Antwort ist. Die Frage, Bundestroianer, ja oder nein. Klar ist, die, also wir lehnen die Bundestroianer natürlich ganz klar ab, es ist völlig absurd, dass der Staat ein eigenes Interesse daran hat, Sicherheitsrücken offen zu lassen und dann statt zu schließen. Und da haben wir es ja vorher gemeint, es liegt in, also private Interessen müssen geschützt werden. Also inwieweit es in irgendeiner Weise vertreten wir sein soll, dass man solche Lücken offen lässt, beziehungsweise kommen ja noch ganz andere Dinge dazu. Wie kommt man zur Information über diese Lücken, wo kauft man die mit unter 1, mit welchen Strukturen macht man sich damit unter 1. Also das ist das halt hier alles für schwer problematisch und Sie haben auch noch einen anderen Punkt genannt, nämlich es gibt ja Strukturen, Organisationen, einzelne Menschen, die alles Mögliche zustande bringen können im Netz. Also ich weiß nicht genau, wenn Sie da genau abgezielt haben, aber eines ist ganz klar, auch Bundestroianer würde, also ist nicht die Garantie, die sie sich erhoffen. Die grundsätzliche Vorstellung, also ich will jetzt nicht alle Argumente wiederholen, weil ich glaube, das ist eh allen klar, aber die grundsätzliche Vorstellung davon, dass wir ganz grundsätzlich Sicherheit dadurch erreichen, dass wir alles komplett überwachen und auch die grundsätzliche Vorstellung, dass es so etwas wie totale Sicherheit geben kann, ist in einer liberalen Demokratie einfach unmöglich. Und ich glaube, was ich in Bezug auf die Polizei unterstützen kann, ist schon, dass klassische kriminalistische Arbeit ganz, ganz wichtig ist. Und also die Argumentation mit Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten, wer wirklich geheim kommunizieren will, wird das auch in Zukunft zustande bringen. Dann aber halt über andere Methoden und es geht in absolut keiner Relation, Sicherheitslücken im staatlichen Interesse, sich gegen das Interesse der eigenen Bürgerinnen und Bürger offen zu lassen und nicht zu schließen. Und dafür vielleicht in den zwei, drei WhatsApp-Checks mitzulesen. Das steht für mich in absolut keinem Verhältnis, um es ganz klar aufzunehmen und ich hoffe auch sehr, dass der Klagefolger geleistet wird und das unterbunden wird, diese Idee. Eines der Themen, die auch in dem Wahlbarometer abgefragt worden sind, ist auch die Videoüberwachung und zwar die Nutzung von Daten aus der Videoüberwachung zur Gesichtserkennung. Etwas, was aus den Medien hauptsächlich aus China hereinschwappt. Und da sieht man dann aber auch ganz deutlich, dass also bei allen diesen Themen eigentlich die ÖVP und die FPÖ dafür sind und alle anderen Parteien dagegen. Gibt es da jetzt so wirklich den Divide, die ÖVP und die FPÖ wollen alle überwachen und alle anderen Parteien wollen das nicht? Ich will nochmal kurz replizieren. Du wirst dich dagegen wehren. Ich möchte nochmal sagen, ich bin jetzt auch wirklich nicht der große Experte, da kommen noch andere Themen, aber zu glauben, Cybersicherheit stellt man her, wenn 1500 zusätzliche Polizisten, nach Wien kommen, das halte ich fast ein bisschen für skurril, wenn ich das ehrlich sagen darf, weil da brauchst du hochspezialisierte Persönlichkeiten, die ganz stark in der IT-Materie drinnen sind, die sich in dieser Welt bewegen können. Das finde ich dann auch nochmal kurz. Ja, aber so hast du, wir können, glaube ich übrigens, ah, du sagst, ist das okay? Ja, Sie geht, okay? Nein, wir sagen doch du, aber wir können auch Sie sagen. Nein, wir müssen es ausmachen. Also, und noch einmal, mir persönlich möchte ich schon wirklich betonen, sind natürlich, diese Freiheitsrechte und diese Grundrechte enorm wichtig, auch gar keine Frage, aber es braucht halt auch ein bisschen Interessensabwäge und kategorisch Nein zu sagen. Die Position nehme ich nicht ein, sondern wir brauchen vorsichtig, rechtlich, gut abgesichert, diese Instrumente auch für die Exekutive, weil so dieses Bild, dass der Straßenpolizist jetzt dann Cybersicherheit macht, also mit einem Bild kann ich nicht von Anfang an. Eine Nachfrage, wie rechtfertigen Sie das Sicherheitsrisiko für die gesamte österreichische Bevölkerung, wenn der Staat Interesse daran hat, dass Sicherheitslücken in Computersystemen nicht geschlossen werden? Das ist die Grundbedingung für die Funktionsweise von Trojanern, anders funktioniert das nicht? Und das ist die Rahmenbedingung für die Frage? Diese Frage hätte ich auch gerne erklärt, ja. Also, das... Ja, aber Sie sitzen, Entschuldigung, Sie sitzen ja schon für eine Partei da, die diese Position vertritt. Also, nur einmal, ich habe, glaube ich, meine Position sehr klar dahingehend vertreten, dass ich von der Meinung bin, dass man ganz vorsichtig verfassungsrechtlich natürlich haltbar, und wenn der Verfassungsgerichtshof zu Ergebnis kommt, dass es den Grundrechten widerspricht, man nun auch nicht. Ich meine, deshalb haben wir ja auch diese öffentlichen, letztlich die gerichtlichen Instanzen ganz am Ende. Ich nehme nur die Position ein, und in der technischen Umsetzung bin ich jetzt wirklich nicht Experte, das muss ich wirklich sagen, aber ich nehme die Position ein, dass ich sage, in der Interessensabwägung muss es auch möglich sein, in einer liberalen Demokratie auch den ermittelten Behörden Instrumente zur Verfügung zu stellen. Aber im Detail, ich sage jetzt auch ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht Experte, um das zu mir auch einstellen. Entschuldigung, nur einmal eine ganz kurze Nachfrage. Dafür braucht man null IT-Experte sein. Haltest du es für sinnvoll, dass der Staat Lücken, die er findet, über die er Bescheid weiß, in Computersystemen, nicht schließt, im Interess, also unter Gefährdung der gesamten Bevölkerung, aller Unternehmen, vielleicht ist das dann zugänglicher als Argument, aller Parteien, aller Parteien, ja, vielleicht ist das, wenn diese Sicherheitsdrücken offen bleiben müssen, damit man, das ist die Grundbedingung. Ja, ich antworte dir darauf, ich will haben, dass Sicherheitsdrücken geschlossen werden und nicht geöffnet werden. Das Hauptproblem an der Sache ist, dass der Staat nicht nur eben über Schwarzmarkt und Co. Sicherheitslücken kaufen muss. Es ist zudem so, dass diese Sicherheitslücken sollten ja eigentlich vom Staat geschlossen werden und der Punkt 3 ist, nein, der Staat verwaltet am Ende noch diese Sicherheitslücken, damit eben der Bundesteuerung reinkommt. Und damit ist es offen und damit kommt jeder hin. Ich habe das, glaube ich, einleitend sogar ganz offen gesagt, ich kenne das Thema nicht in den großen Details und ich bekenne mich dazu, ich bekenne mich dazu, dass natürlich es ein Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit sein muss, na gar keine Frage. Aber das werden wahrscheinlich andere Rechtsexperten haben, dass ich es ja nun hier jetzt einmal. Es ist ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der Unsicherheit. Das wird wahrscheinlich in einer anderen Sicht der Dinge hochgehen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil für mich, also wenn ich so ein bisschen ein Fazit sprechen kann, also ich habe mich bei Respekt.net, haben wir uns in letzter Zeit sehr stark damit beschäftigt, dass es offensichtlich auch keine gescheite logistische Prüfung für Gesetze gibt, bevor sie beschlossen werden. Es scheint aber irgendwie vielleicht auch notwendig zu sein, eine Art IT-Prüfung für Gesetze zu machen, bevor man sie beschlägt. Da scheint es mit der Kompetenz jetzt auch nicht so radend weit her zu sein. Man sollte ja meinen, in der Bevölkerung wäre sozusagen eine gewisse IT-Kompetenz, so kausche Normalverteilung. Ich bin jemand, der ziemlich ehrlich argumentiert, glaube ich, aber zu glauben, und Sieke, du warst selber im Parlament, Herr Klaus, du weißt das auch, zu glauben, wenn eine Sitzung sage ich jetzt, zwei Tage dauert, mit allen Materien, die da verhandelt und abgestimmt werden, zu glauben, dass jeder einzelne Parlamentarier in jeder Rechtsmaterie ein Experte ist. Also bitte, ich meine, dann legen wir uns ja das selber an, oder? Unmöglich. Aber wir sind halt schon bei der netzpolitischen Diskussion des gesamten Wahlkampfs und da hätte ich mir schon gedacht, zumindest, dass man die eigenen Antworten zum Beispiel für auch die Epicenter-Fragen durchlesen soll. Digitalsteuer. Kommen wir zu etwas auch sehr Interessantes. Ja, wir werden ja sehen, was herauskommt. Ich bin auf der Kompetenz geworden. Wir werden ja sehen, was... Ja, da geht es schon los. Aber gut, es ist Wahlkampf. Es ist Wahlkampf. Was wollen wir? Digitalsteuer. Es ist, glaube ich, ganz generell unbestritten, dass die Digitalisierung und die Globalisierung vor allem eben auch die großen US-Internetkonzerne, wie zum Beispiel Amazon, aber nicht Amazon alleine, dazu verleitet hat, gewisse Lücken auszunützen und sich halt einfach dort anzusiedeln, wo man am wenigsten Steuern zahlen muss und steuerschonende Methoden und Modelle auszunutzen, die sie aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer Heerscharen an Anwälten auch gut durchgewachsen können. Und dass es deswegen was anderes braucht. Also es braucht eine gerechtere Abschöpfung des Gewinns. Sie müssen einfach gescheiter Steuern zahlen. Wie kann so ein Steuermodell aussehen? Wie kann dieses Steuermodell, also zumindest mal für die EU aussehen, wie können solche Einnahmen genutzt werden? Könnte man es zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise Zweck widmen? Was gibt es da für Konzepte von den Parteien? Und jetzt machen wir es andersrum. Jetzt darf die Siege anfangen. Ja, ganz grundsätzlich, ja, natürlich sollen die Steuern zahlen und unser Ansatz dazu ist die digitale Betriebsstätte Österreich, sodass die Steuern fünft sind ganz einfach. Ich habe mich nicht im Detail mit dem Digitalsteuerkonzept beschäftigt, weil ich nicht im Parlament bin. Sofern ich das überblicke, ist auch diese Geschichte schon wieder mit einer massiven Überwachung und massiven Datenspeicherung verbunden. Es scheint dafür einfach ganz grundsätzlich überhaupt kein Problembewusstsein zu geben auf Seite der rechtspositionierten Parteien. Ja, also dieses Konzept, also abgesehen davon, dass es IHS sagt, also sowohl IHS als auch HK berechnet haben, dass die versprochenen, ich glaube 200 Millionen, die das zusätzlich bringen soll, nicht realisierbar sind. Also das kommt noch dazu und ich glaube, dass die digitale Betriebsstätte für diese Problematik die bessere Lösung ist. Ich möchte noch einen anderen Punkt sagen, der jetzt nicht unbedingt die Besteuerung in Österreich betrifft, aber schon insgesamt auch mit der Konzernmacht dieser Unternehmen zusammenhängt. Facebook, WhatsApp, Instagram, das ist eine Daten riesige, das ist eine Struktur, die so unglaublich riesig ist und so unglaublich viel Daten zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass die EU-Kommission, und das ist auch Teil der europäischen Diskussion jetzt um die Bestellung gewesen, die gehören zerschlagen. Also wieder aufgespalten in kleinere Unternehmen, also kleinere Unternehmen unter Anführungszeichen. Ja, was ist da klein? Also wir haben Mechanismen, die unsere Märkte vor Kartellbildungen und Monopolen schützen, aber wir haben dasselbe nicht, wenn es um die Demokratie geht. Und dementsprechend halte ich das für extrem problematisch, dass diese Fusionen einfach so ablaufen, ohne dass das berücksichtigt wird. Also falls irgendwer zuhört, der das nicht weiß, Facebook, WhatsApp und Instagram sind praktisch eine Firma. Also das sind nicht verschiedene Firmen, sondern Facebook kauft einfach alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und seinem Geschäftsmodell gefährlich werden könnte. Ich nehme an, das werden ja alle wissen, aber vielleicht weiß wer nicht, der über den Stream zuhört. Ja, Jörg, wie schaut die SPÖ-Positionen zu dem Thema aus? Nur da kurz anklüpfend, de facto haben alle Mechanismen Monopol, Monopolbehörde, Kartellbehörde etc. hier versagt. Ist jetzt einfach mal so gegeben. Und auch in den teuerrechtlichen Fragen stehen wir momentan ziemlich blank da. Unser System finanziert sich durch Steuern. Wir haben das Problem, dass die digitalen und Internetkonzerne der letzten Jahre einfach keine Steuern zahlen. Das ist relativ simpel und das ist mittlerweile endlich so weit bekannt und endlich Thema, dass man darüber reden kann. Der faire Beitrag ist essentiell dafür, dass die Kunden dieser Konzerne überhaupt kaufen können. Weil der faire Beitrag der Steuern, der Wohlstand in Europa ist die Grundlage dafür, dass wir es Kunden überhaupt nutzen können. Die digitale Betriebsstätte ist für uns das Modell, wo wir hinwollen. Ich fange gleich oben an. Im Optimalfall ist es die digitale Betriebsstätte auf OECD-Ebene bzw. auf europäischer Ebene. Warum? Es gehört endlich der Gewinn dort versteuert, wo auch Wertschöpfung passiert. Es gehört endlich ein fairer Beitrag geleistet. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir die ganze Zeit über Übergangsregelungen diskutieren. Auch das ist noch in Ordnung. Reden wir über die Digitalsteuer auf europäischer Ebene, wo wirklich Werbung besteuert wird, wo nutzerbedingte Datenverkäufe und Käufe besteuert werden und wo die Vermittlung, Stichwort Airbnb, besteuert wird. Ist gut. Ist auch schon eine Richtung, wo Österreich mit ca. 80 Millionen Euro laut AK-Studie profitieren könnte. Und dann schauen wir uns das Modell an. Sie werden es dann korrigieren oder erörtern oder noch einmal näher darauf eingehen, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Und da kommen wir laut Arbeiterkammerrechnung auf 15 bis 20 oder 25 Millionen Maximum, das heißt auf Viertel. Und warum? In Wahrheit geht es nur mehr darum, dass wir die Werbeausgaben besteuern. Genau das, wo wir auf EU-Ebene Schritt für Schritt vorankommen, ist scheinbar für die österreichische Bundesregierung nicht interessant. Die EU-Ratspräsidentschaft habt ihr leider da ein bisschen verstreichen lassen, hier konkrete Schritte zu setzen. Im Wirtschaftskammerparlament ist zweimal der Antrag gestellt worden für die digitale Betriebsstätte. Einmal von der ÖVP mit Abänderungsanträgen und einmal gleich abgelehnt. Die ganze Packung geht sich irgendwie nicht mehr aus. Wir müssen Europa finanzieren, wir müssen Österreich finanzieren und die Beiträge, die da von der Bundesregierung sind, sind zu wenig hilfreich. Um auf deine Frage noch ganz kurz, Zweckwidmung von Steuern. Das ist immer in Österreich so eine Frage. Aber ich möchte mir Ideen einbringen, wo wir einfach ein mehr an Finanzierung hier brauchen könnten. Das eine ist eine moderne Presseförderung, wo es wirklich darum geht, innovative Medien, Medienhäuser oder auch Medienplattformen im Kleinen, die einen Beitrag für die Medienlandschaft leisten, zu fördern. Das andere ist das Mehr an Datenschutz. Ich glaube, das wird uns heute den gesamten Abend betreffen. Die Datenschutzbehörde hat gerade einmal 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern haben ca. 200 Mitarbeiter, dass man sich das nur vorstellen kann. Und der dritte Punkt ist, und das wird dann vielleicht wieder eine gemeinsame Kerbe schlagen, Ja, wir brauchen mehr Unterstützung für Unternehmen, die im digitalen und im Internetbereich unterwegs sind. Weil wir sind im Gegensatz zu den USA und im Gegensatz zu China hier auch von finanziellem her nicht so gut aufgestellt, sage ich jetzt einmal. Es ist schon viel gesagt worden, also digitale Betriebsstätten auf europäischer Ebene insbesondere halten wir für ein sehr sinnvolles Modell. Man muss sich da auch anschauen, einfach wie momentan die Situation ist. Google macht mehrere Milliarden Euro Umsatz und Gewinne, zahlen in den USA 4,9 Milliarden, glaube ich, Steuern. Auf europäischer Ebene haben sie Strafen im letzten Jahr zahlen müssen, Gott sei Dank, das finde ich auch richtig. Auch eine sehr gute Kommissarin, Wettbewerbskommissarin, die das gemacht hat, die auch weiterhin für diese Agenten zuständig sein wird, haben sie 5,1 Milliarden gezahlt. Das ist ja absurd, dass ein Unternehmen mehr Strafe zahlt, weil sie sich nicht korrekt verhalten, als sie Steuern zahlen. Also das ist eine absurde Situation, dementsprechend natürlich braucht es eine digitale Betriebsstätte auf europäischer Ebene und hier auch angemessene Steuern, die aus unserer Sicht direkt ins EU-Budget fließen sollten. Weil wir glauben, dass es auch gut ist, dass dort das Geld eingenommen wird, wo es auch ausgegeben wird und das durchaus ein Modell ist, wo man der Europäischen Union auch jetzt gerade in diesen Diskussionen, die wir haben rund um Großbritannien, die ja austreten, wer zahlt hier mehr und so weiter, glaube ich durchaus, dass es sinnvoll ist, dass die Europäische Union auch eigene Steuereinnahmen hat und diese Mittel auch verwenden kann. Dann nur ganz kurz das Thema Linksteuer, was es de facto ist, was die ÖVP hier fordert. Naja, hier gibt es mehrere Probleme. Es wurde schon angesprochen, das Thema auch hier der Datensicherheit ein ganz, ganz großes. Wenn jeder Klick gespeichert wird, dann ist das einfach eine enorme Datenmenge, die hier wieder zusammenkommt. Es wird gleich kommen, das wird gar nicht mehr, aber sonst geht es nicht. Also wenn es nicht jeder Klick gespeichert wird und jeder Link, der aufgerufen wird, sonst kannst du nicht einen Link besteuern. Und dann, auch selbst wenn man sagt, naja, man speichert das eh nur zwei Wochen oder weiß ich was und dann rechnet man es ab. Wir wissen alle Daten, die einmal existieren, existieren. Und alles, was das Internet einmal erblickt hat, das ist nicht so schnell weg. Also das ist mittlerweile allgegenwärtig. Wir haben oft genug die Fälle, dass irgendwelche Jugendfotos von Menschen auftauchen und so weiter. Wenn man die TSGVO hat Datensparsamkeit. Genau, also das kommt dann auch noch dazu. Am Ende des Tages ist das extrem schwer. Abgesehen davon ist es auch sehr leicht zu umgehen, weil wenn Österreich alleine so eine Insellösung macht, jeder von Ihnen weiß, was ein VPN-Tunnel ist, wie man solche Dinge ganz einfach umgehen kann. Und am Ende des Tages auch die Steuernahmen nicht so spudeln werden, wie sich das die Regierung vorstellt, weil das sehr oft umgangen wird einfach. Und dann wird einfach die Website woanders angemeldet und so weiter. Ganz, ganz viele andere Geschichten, die dabei sind. Nur weil es angesprochen wurde, das Thema Presseförderung. Ich glaube, hier braucht es grundsätzlich ein Umdenken. Also es müssen erstens, wenn man sich anschaut, wir geben glaube ich so circa 10 Millionen Euro im Jahr für Presseförderung aus. 200 Millionen Euro werden jährlich von den Ministerien und Parteien nahestehenden oder Ministerien nahestehenden Agenturen, Städten, die Stadt Wien auch ein ganz großer Brocken hier an Medienförderung de facto indirekt ausgegeben in Form von Inseraten. Und das ist natürlich eine Lenkungsmaßnahme, die extrem intransparent ist. Das heißt, was wir generell wollen ist, dass die Presseförderung steigt und die Inserate massiv zurückgehen, um hier auch Nachvollziehbarkeit zu machen. Und dann muss der Content der sein, der unterstützt wird. Und da ist auch digitaler Content, wenn er hohe Qualität hat, also gewissen Qualitätskriterien entspricht, kann man den natürlich genauso fördern und dann ist das auch sinnvoll. Also das heißt auch, hier ein Umdenken nicht nur klassisch in der klassischen Medienlandschaft denken bei der Presseförderung, sondern eben auch in der modernen Medienlandschaft. Wenn jemand einen guten informativen YouTube-Kanal beispielsweise betreibt, warum soll der hier keine Möglichkeit haben, hier unter gewissen Parametern auch Presseförderung zu beziehen? Da gibt es übrigens sehr viele großartige YouTuber, die einen sehr viel weiterbringen im Leben. Danke. Andreas? Drei bis vier Minuten, glaube ich, gell? Sehr herausfordernd. Ich werde das schon nach zwei Minuten sagen. Ich meine, in der Analyse sind wir uns einig. Ich meine, gar keine Frage. Wir haben die Situation, dass unsere Internetrisen einfach im Vergleich zur analogen Wirtschaft ganz wenig Steuern bezahlen. Das ist einmal ganz sonnenklar. Ich habe aber jetzt, wenn ich das kritisch anmerken darf, ganz wenig Problemlösungskompetenz gehört, weil die digitale Betriebsstätte zum Beispiel hat mit dem, was wir jetzt im Parlament beschließen, so viel wie gar nichts zu tun. Gut, das ist dann gut. Das ist dann nicht so gut. Okay, nur das ist immer so, ich darf es bitte auseinanderhalten. Ja? So, Stichwort EU-Ratspräsidentschaft, wenn ich das kurz anziehen darf. Österreich hat das ganz vorne rausgehängt, das Thema. Also die Bundesregierung wollte hier unbedingt einen Lösungsansatz zu diesem Thema. Darf man anmerken, gescheitert ist es im Wesentlichen an dem Olaf Scholz in Deutschland und an der Macron in Frankreich. Das ist dann ganz stark um die deutsche Automobilindustrie gegangen und wir wissen alle, dass wir Einstimmigkeitsprinzip haben. Also da hätten wir uns natürlich auch wesentlich mehr gewünscht, aber wir kennen die Entscheidungsmechanismen in der Europäischen Union. Deshalb gibt es jetzt einen ersten Schritt und ich sage durchaus auch selbstkritisch, dieser erste Schritt hat aus meiner Sicht mit einer Digitalsteuer ganz, ganz wenig zu tun. Da geht es um drei Dinge. Aus meiner Sicht habe ich betont, es geht in Wirklichkeit darum, dass jetzt die großen Plattformen wie Facebook auch bei einem bestimmten Werbeumsatz auch eine Werbeabgabe zahlen. Das ist in Wirklichkeit eine Umsatzsteuer. Also ehrlich muss man auch sagen, da sind wir ja weit weg von einer Gewinnsteuer. Und da diskutieren wir natürlich wieder drüber, wer zahlt. Wahrscheinlich tendenziell halt auch bei Facebook wird glaube ich nicht seine Preise in Österreich dann senken, sondern es wird halt der zahlen, der diese Werbeleistung einkauft. Zum Zweiten ist es ein Mehrwertsteuerpaket, das ist das größere Volumen. Wir kennen diese Pakete, die wir aus dem asiatischen Raum kommen. Die waren bis 22 Jahre Umsatzsteuer befreit, da wird jetzt ein Riegel vorgeschoben. Und zum Dritten ist es so, dass zumindest diese Plattformen jetzt quasi eine Registrierungspflicht bekommen, dass wir überhaupt um die Grundlage haben, über eine Besteuerung vor zum Beispiel Airbnb zu reden. Also das kommt jetzt, ist ein ganz kleines Paket, zur digitalen Betriebsstätte. Weil das so schön gesagt worden ist, sagen ja dann auch alle, wahrscheinlich hilft uns nicht einmal was auf europäischer Ebene, sondern wenn, würden wir sie wahrscheinlich sinnvollerweise global brauchen. Was ist die Idee der digitalen Betriebsstätte, eine Gewinnbesteuerung in den jeweiligen Nationalstaaten zu machen? Weil das ist das, was wir wollen. Nur wenn wir das dann im Detail zu diskutieren anfangen, kommt man darauf, dass die Themenlage auch nicht ganz schön einfach ist, weil die Frage durchaus auch unter Experten berechtigt ist, wo passiert denn die Wertschöpfung? Und wieso war Olaf Scholz dagegen, der deutsche Finanzminister, gegen diese Lösung? Weil es natürlich ganz stark auch theoretisch die deutsche Automobilindustrie treffen kann. Und so ehrlich muss man auch sein, weil dort ist auch viel Digitalisierung drinnen in den Autos und die Amerikaner würden dann wahrscheinlich sagen, naja okay, dann machen wir auch eine digitale Betriebsstätte für BMW und versteuern dort Gewinne vom BMW. Das war die Diskussion dahinter. Und das Argument ist nicht einmal so schlecht. Das muss man glaube ich auch qualifizieren und muss man auch anerkennen. Aber der Lösungsansatz ist natürlich die digitale Betriebsstätte auf OECD-Ebene. Österreich hat das massiv vorangetrieben. Aber da stehen natürlich auch sehr schwierige politische Fragen dahinter, die man auf globaler Ebene zu klären hat. Da ist noch ein Weg zu gehen. Aber das verbindet uns natürlich, dass wir alle auch auf europäischer Ebene ganz wenig Freude haben, dass natürlich Facebook und alle wie sie heißen dann in Irland oder in Luxemburg quasi ihren Unternehmenssitz haben. Wir dort niedrige Körperschaftsteuersätze haben und dort halt quasi die Gewinne versteuert werden. Da haben wir sogar in Europa noch viel zu tun und zu lösen. Der nächste Schritt ist halt eine globale Lösung mit der digitalen Betriebsstätte. Ich glaube nur ganz ehrlich, man wird ja die Erwartungshaltung ein bisschen herausnehmen müssen, weil wir müssen natürlich, wir sehen das auch global derzeit, wir diskutieren auch Handelskriege derzeit, die auch alle nicht wollen glaube ich, weil sie letztlich nicht Wohlstandsfördernd sind. Wir müssen uns da vorsichtig nähern. Man setzt jetzt einen ersten Schritt, der glaube ich unterstützenswert ist, weil halt zumindest ein erster Schritt ist, aber da haben wir noch einen langen Weg zu gehen, der auf Experten eben noch intensiv zu diskutieren sein wird müssen, weil die Idee ist natürlich eine Gewinnbesteuerung, nicht nur eine Umsatzbesteuerung, sondern eine Gewinnbesteuerung der Konzerne in Österreich zu haben. Aber die müssen wir da technisch auf europäischer Ebene, auf OECD-Ebene und wahrscheinlich sogar global umsetzen müssen. Also ich glaube da müssen wir gemeinsam noch ziemlich ein Wichtiges. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, das was ich bis jetzt gehört habe an Steuervorhaben, sind alles Umsatzsteuern, also da geht es eben nicht darum den Gewinn zu besteuern. Eine Ergänzung noch, ich hätte mich persönlich sehr dafür eingesetzt, dass wir zumindest eine Zweckbindung zusammenbringen, mir hätte das persönlich sehr gefallen, dass man gesagt hat, für die Digitalsteuer, die in Österreich kommt, die verwendet man dann zum Beispiel explizit für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, ist mir persönlich in Herzensangelegenheit, das interessiert vielleicht diejenigen, die aus Wien kommen, nicht so sonderlich, weil da macht es der Markt, da gibt es eine starke Nachfrage im Markt, ich komme aus einem ländlichen Wahlkreis und dort möchte ich halt unbedingt auch diese digitale Infrastruktur haben für unsere Menschen dort draußen. Wir wollen unbedingt vermeiden diese digitale Kluft zwischen Stadt und Land, die ist ja da, ich meine das ist Realität. Wer mir das nicht glaubt, da soll ich mich mal besuchen in Mostviertel, dann zeige ich ihm Regionen, wo halt derzeit der Markt dort nicht ausbaut. Das hätte mir persönlich sehr gefallen, quasi diese Gelder dort in den ländlichen Raum zu investieren, dass der auch digitale Infrastruktur ist. Aber was macht man mit 200 Millionen, was die digitale Infrastruktur betrifft? Ja, pro Jahr? Finde ich um. Also da kann es heben, ehrlich. Also wenn man die Grünführung breppen, dann bin ich schon hochglücklich. Wenn man in dem Tempo weitermachen, dann wird es 20 Millionen. Also, na Moment einmal, da bin ich jetzt ein bisschen grantig. Wenn da so locker drüber gegangen wird, wird ich wieder Lehrerförderung. Das ist ein ganz cooles Instrument, das in den Gemeinden draußen wirklich gut funktioniert. Nein, aber nur, was du so gescheit zu sagen, der Lehrer hat. Also das ärgern mich jetzt wirklich ein bisschen. Wir haben das Thema vielleicht beim Ausbau noch. Das haben wir noch. Ich hätte nur eine kleine Anmerkung, weil das hier zum ersten Mal von einem ÖVPler zumindest in meiner Gegenwart klar rausgekommen ist, dass es hier nicht darum geht, die großen Konzerne zu besteuern, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, was wir auch am Anfang gesprochen haben, sondern dass am Ende des Tages nur die kleinen österreichischen Unternehmen leiden. Das ist eine Kritik, die wir die ganze Zeit vorbringen. Von euch wird sie immer abgewehrt. Nein, nein, das ist eh die bösen großen Facebooks und so weiter, die besteuert werden. Du hast gerade vorher explizit gesagt, das wird dann abgewälzt an die kleinen Unternehmer, also kleine Unternehmerin und dementsprechend dann der kleine Unternehmer, die kleine Unternehmerin in Österreich einen massiven Nachteil im internationalen Wettbewerb. Und das ist durchaus spannend, dass die Wirtschaftspartei ÖVP mittlerweile so mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich geht. Nein, also man muss einmal, ich habe mich deshalb für diese Werbeabgabe ausgesprochen, weil wir es im analogen Bereich immer schon hatten. Man stellt in Wirklichkeit eine Wettbewerbsgleichheit her zwischen dem analogen Bereich, zwischen dem Zeitschriftenbereich und den sozialen Medien. Das war für mich das Hauptargument. Und Steuern zahlen am Ende des Tages, leider so ehrlich muss man auch sein, immer der Konsument. Die Werbung als Teil der Wirtschaftskammer ist ja nicht sehr begeistert davon, wie man sich vorstellen kann. Also ich denke mir, das ist wahrscheinlich auch inner ÖVP-lich auch noch ein gewisser Konflikt. Aber was ich jetzt herausgehört habe, also für mich jetzt Klarheit herzustellen, klar ist es so, bei umsatzbezogenen Steuern zahlt am Ende des Tages der Konsument mit ziemlicher Sicherheit, aber soweit ich das verstanden habe, sind eigentlich alle für eine digitale Betriebsstätte. Heute mit unterschiedlichen Werf, sage ich jetzt einmal, oder unterschiedlicher, Sie sehen, ihr seht es unterschiedliche Durchsetzungsmöglichkeiten. Nein, wir sind uns sicher einig darüber, dass wir die haben wollen. Ganz klar, nur die Frage der technischen Umsetzung ist nicht die allerunfassend. Das muss man wirklich, das hat jeder Steuerexperte. Haben schon alle was gesagt dazu, ja? Gut, wir kommen zum dritten Themenblock, der Themenblock Plattformregulierung, Fake News, Hate Speech, da hat es ja vor ein paar Tagen in der Concordia eine große Diskussion dazu gegeben, die sehr stark auch zu diesem Thema war. Vielleicht können wir es hier sozusagen ein bisschen in eine Richtung bringen, nämlich die Idee nach klaren Spielregeln. Also Facebook hat jetzt vor kurzem, erst vor drei oder vier Monaten, ich glaube das war der Vice President for Communication, im britischen Parlament gesprochen, bzw. mit dem britischen Parlament gesprochen, und hat dort gesagt, wir möchten Regulierung. Das war für mich ganz was Neues, das kam das erste Mal, dass Facebook selber sagt, wir möchten Regulierung, wir möchten Rechtssicherheit haben, damit wir sozusagen auch wissen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Das ist ein bisschen ein Turnaround in der Art und Weise, wie bisher mit dem Thema umgegangen worden ist. Nach Österreich sind sie nicht gekommen, ja? Also sie sind bis jetzt nur nach England gekommen. Aber die Frage jetzt eben an unsere vier Diskutantinnen, was für klare Spielregeln, die die Politik vorgeben kann, die die Politik überhaupt bestimmen kann, zum Beispiel Recht auf Anfechtung von Entscheidungen von Plattformen, Zustellungsbevollmächtigte oder auch die Klarnamenpflicht, die jetzt aufgetaucht ist erst wieder unlängst durch die ÖVP vor ein oder zwei Tagen, digitaler Ausweiszwang. Was gibt es denn da für Ideen von Seiten der Parteien? Und wir mixen sie jetzt ein bisschen ab von der Reihenfolge. Ich würde jetzt vorschlagen, der Jörg fängt jetzt an, machen wir die zwei in der Mitte und dann die zwei am Rand. Ganz konkret zu Beginn, die Anfechtung von Entscheidungen ist, glaube ich, essentiell für uns als Konsumentinnen und für uns als Nutzerinnen. Ich glaube oder ich hoffe auch, dass wir da eine gewisse Einigkeit haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Zustellungsbevollmächtigten haben wir zumindest das letzte Mal schon gesprochen. Ich weiß nicht, wie die ÖVP dazu steht. Da hatten wir auch Einigkeit. Klarnamen ist ja gleich einmal die große Diskussion. Wollen wir Ausweispflicht im Internet, ja oder nein? Von unserer Warte ganz klar nein. China hat es gemacht, oder China hat es eingeführt, Südkorea hat es eingeführt, Südkorea hat aber diese Klarnamen, Schrägstrich Ausweispflicht, wieder zurückgenommen, weil sie in Wahrheit damit nichts erreicht haben. Das Argument, was in mehreren Diskussionen schon auf der Hand liegt, dass der Großteil derjenigen, die Hate Speech betreiben, das sowieso mit normalen Namen machen. Klarnamen helfen dann nicht einmal sonderlich viel. Das ist häufiger eine Affekthandlung und weniger jetzt ein bewusstes Kalkül. Dem gegenüber steht für uns vor allem, wenn ich mich jetzt anonym im Internet bewegen möchte. Wenn ich mich als Mitarbeiterin von Amazon oder als Mitarbeiter von Amazon über die Arbeitsbedingungen bei Amazon beschweren möchte, dann muss es möglich sein. Wenn ich jetzt eine politische Meinung vertrete, die halt leider aufgrund von demokratiefeindlichen Parteien nicht en vogue ist in einem Staat, dann muss ich das zumindest im Internet soweit kundtun können. Ich muss mich äußern können und das auch in einer gewissen Anonymität. Und das ist uns viel, viel wichtiger als irgendeine hypothetische Diskussion und Ausweiszwang und die Zuspitzung im Gesetz von Blümel, dann war ja sowieso sehr stringent in Richtung Standardforum gemünzt und das ist sowieso relativ seltsam. Für uns, das möchte ich noch sagen, wesentlich ist, dass es Täter und Verursacher gibt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir ein Mehr an Beratung, ein Mehr an Prävention und ein Mehr an Unterstützung von jungen Menschen, aber auch von Opfern und da haben wir noch viel, viel Luft nach oben. Ich will nicht alles wiederholen, was schon gesagt wurde. Ich glaube natürlich, dass es sehr wichtig ist, dass man sich wehren kann, also dass man eben widersprechen kann. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man Ansprechpartner hat. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es gewisse Sanktionsmechanismen gibt, wenn Konzerne sich nicht an die Spielregeln halten. Also das ist auch, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Zum Thema Klarnamen, wie gesagt, ich kann nur zwei, drei Punkte ergänzen. Erstens, die Umgehung ist damit auch ganz einfach wieder möglich. Man lockt sich aus einem anderen Land ein. Also das ist, glaube ich, so eine Grundüberlegung, die sich manche politische Kräfte in diesem Land überlegen müssen, dass das Internet halt nicht auf der Grenze aufhört. Und das ist einfach ein bisschen größer zu denken und man muss sich bewusst sein, Maßnahmen, die man hier in Österreich alleine setzt, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind, auch wertfrei einmal gesagt, funktionieren halt auf der anderen Seite der Grenze nicht. Und ich mache mir meinen VPN, ich mache was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um solche Dinge zu umgehen. Das zweite Problem, aber, glaube ich, würde Sie wahrscheinlich dann eh mehr dazu sagen, ist, dass man auch das Klarname alleine nicht sehr viel bringt, weil man, also dein Fall hat das leider gezeigt, am Ende des Tages sagen kann, es war eh einfach wer anderer am Computer. Also das ist ja einfach absurd auch. Das muss man offen und ehrlich sagen. Aber da gibt es jemanden hier am Tisch, der leider, sage ich, eine viel größere Expertise als ich habe. Und deswegen will ich da auch gar nicht so viel dazu sagen, weil es ist so eine Sache, die noch nicht wirklich angesprochen wurde, ist natürlich im Bildungsbereich das Thema Medienkompetenz. Ich glaube, dass wir da auch ganz viel machen können im schulischen Bereich, junge Menschen darauf vorzubereiten, was sie im Leben erwartet. Und da ist natürlich das selbstständige Entscheiden, ist das jetzt etwas Wichtiges, ist das etwas Falsches, mit Informationen umzugehen, umgehen zu können, etwas ganz Wichtiges. Kann man jetzt lange noch weiter ausführen, wie das funktionieren soll. Ich glaube auch nicht, dass das alleine ein Fach sein soll oder ähnliches, sondern dass das einfach grundlegend überdacht werden soll, wie man das immer wieder einsteuert, wie man einfach mündige Menschen in unserem Schulsystem drinnen hat, die am Ende rausgehen und sagen, ja, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich kann etwas damit erreichen und ich kann Fakten selber beurteilen. Ich glaube, da muss man sehr viel größer auch umdenken, als nur sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Unterrichtsprinzip oder ähnliches, was dann immer wieder kommt. Ich glaube, dass das größer gedacht werden muss, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Also Medienkompetenz, wir wissen das alle und das ist jedem von uns wahrscheinlich auch passiert, das erste Mal, wo man Tagespresse gelesen hat oder ähnliches. Was ist denn da jetzt los? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, hier auch unterscheiden zu können und dann auch selber sich an der Nase zu nehmen und, eh, was ist da? Passiert Politikern alltäglich? HC Strache ist Weltmeister darin. Ich glaube übrigens auch, dass da die SIG mit Sicherheit die höchste Expertise hat, weil sie da, glaube ich, mit einem sehr unangenehmen Fall konfrontiert war, der wahrscheinlich auch die Grenzen des Rechtsrahmens aufzeigt. Ich möchte nur persönliche Antworten wieder mit umgeben. Natürlich wird man als Politik im Netz beschimpft, gar keine Frage. Mir persönlich geht es immer so, wenn das anonym ist, irgendwie so ein komischer Name, ehrlich, da rein und da raus ist man irgendwie, ist für mich nicht relevant. Wenn es ein Klarname ist, dann reagiere ich meistens sehr vehement und schreibe zurück und sage, sehr geehrter Herr Sowieso, tut mir leid, wenn Sie diesen Namen wiederholen, dann werde ich Sie verklagen. Meistens ist dann wirklich Ruhe, also die reine Leute hören sich dann gar nicht mehr interessanterweise. Also insofern hat der Klarname für mich eine bestimmte Logik. Ich höre dann wieder von Studien, dass er gar nichts bringt. Also in meinem persönlichen Empfinden, wenn man quasi zu seiner Meinung auch mit seinem Namen steht, hat das für mich persönlich zumindest, so bin ich erzogen worden, immer mehr, einfach wesentlich mehr Gewicht. Also insofern gefällt mir durchaus auch die Idee, dass man das ausschließlich mit seinem Klarnamen machen soll. Aber so sollte man nicht zu seiner Meinung stehen. Und das ist auch eine ÖVP-Position, die er dort bekommen kann. Sigi, wenn es dir nicht schon komplett zum Hals raushängt. Oh, das tut es. Ich habe im letzten Jahr sehr viel gelernt, nämlich vor allem auch, dass es tatsächlich notwendig ist, die Geschichte tausendmal zu erzählen und sie sichert langsam und es ändert sich was an den Einschätzungen. Leider nicht bei der ÖVP, weil 90 Prozent des Hasses kommt über Klarnamen rein. Und zwar nicht, weil die, also grundsätzlich, das hat also nichts mit Erziehung zu tun, sondern weil die Leute gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen und wie groß ihre Reichweite ist etc. Also der Verein Neustart betreut knapp 100 Leute, die, also das ist so eine Geschichte, dass wenn die Leute ins Programm einsteigen, dann wird das Verfahren eingestellt gegen sie. Alle 100 haben natürlich unter Klarnamen gepostet. Den allermeisten Hass, den ich kriege, kann ich unter Klarnamen. Und den, den ich nicht unter Klarnamen kriege, der ist natürlich so verschlüsselt, so versendet über E-Mail-Adressen, die eine E-Mail-Adresse sind etc. dass diese Leute natürlich auch jede Klarnamenpflicht, die in irgendwelchen Plattformen versucht haben, die Jungen durchzusetzen, würden sie das genauso zustande bringen. Ich finde die ganze Sache, die ganze Diskussion deswegen extrem problematisch, weil es da eigentlich um die Einschränkung von Unfreiheiten geht. Wir haben Äußerungsfreiheit als ganz, ganz wichtiges Grundrecht und diese Äußerungsfreiheit darf nicht an Bedingungen geknüpft werden und darf nicht eingeschränkt werden. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut, es gibt ganz, ganz viel Judikatur auf allen unterschiedlichen Ebenen dazu und ich halte es für schwer problematisch, wenn man sagt, man kann am öffentlichen Diskurs nur mehr teilnehmen, wenn man sich mit seinem Klarnamen ... ... weil das, was ja gemeinsam mit der FPÖ als Vorschlag, als Antwort auf meinen Fall vorgeschlagen wurde, was absolut nichts, gar nichts an meinem Fall geändert hätte, weil das Grundproblem in meinem Fall ist ja, dass es keine rechtliche Möglichkeit gibt, sich gegen diesen Hass zu wehren. Völlig wurscht, ob der unter Klarnamen oder unter irgendwelchen Pfeilonymen oder anonym kommt. Also das finde ich sehr lustig, dass man extra einen Hass im Netzgipfel gemacht hat und unter dem Titel Sigi Maurer Fall und dann das gemacht hat, was mit meinem Fall absolut gar nichts zu tun hat. Aber sei es so, was den Vorschlag der Regierung betrifft, also damals war es Registrierungspflicht, jetzt lese ich in den Presseaussendungen Klarnamen, vielleicht kannst du uns ja noch aufklären, was jetzt genau gemeint ist. Also geht es tatsächlich um Klarnamenpflicht oder geht es um eine Registrierungspflicht, wo sind wir da jetzt? Ich habe es so verstanden, es geht um Beise. Es geht um Form, es geht um Formkommunikation, öffentliche Kommunikation und dort eine Registrierungspflicht und eine Klarnamenpflicht. So würde ich es jetzt verstehen. Also die Klarnamenpflicht und keine Pfeilonyme sind nicht mehr zulässig, offensichtlich in dem neuen Vorschlag. Warum ist das so problematisch? Es gibt tausend Gründe, warum man sich legitimerweise im Netz nicht mit seinem richtigen Namen bewegen möchte. Das beginnt bei Arbeitgebern, bei denen es zumindest heikel sein kann, wenn man sich politisch positioniert. Das geht über Minderheiten, für die tatsächlich eine Bedrohung existiert. Das gilt für Leute, die von Stalking betroffen sind, die dafür sorgen müssen, dass sie nicht wieder befunden werden können im Netz. Und es ist auch völlig legitim zu sagen, ich will einfach nicht, dass mein Checking nachlesen kann, was ich am Wochenende gemacht habe, weil das geht sich einfach nichts an. Also wenn man schon die ganze Zeit sagt, Privatsphäre ist so wichtig, dann muss man auch diese Anonymität im Netz sicherstellen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Ideen grundrechtswürdig sind. Es gibt noch ein paar andere Probleme, weil eigentlich war ja die Frage, was sollen Plattformen tun. Man muss sich vorstellen, wenn wir so eine Klarnamenpflicht oder eine Ausweispflicht einführen würden, müssten die Plattformen wie Behörden agieren. Weil die müssten ja eine Ausweiskopie einsammeln, die sicher speichern, die müssten aber auch kontrollieren, ob denn dieser Ausweis tatsächlich echt ist. Und sie müssten auch die ganze Zeit nachfragen, ob sich vielleicht Adressennamen, was auch immer geändert haben. Das ist ein Verwaltungsaufwand, der völlig absurd ist. In Südkorea, das ist ein Beispiel, das nicht ich selber gefunden habe, sondern die Ingrid Brodnick in ihrem Buch beschreibt. Südkorea hat das ausprobiert, auch mit einer Registrierungspflicht, dort hat man sich registriert mit so etwas Ähnlichem wie der Sozialversicherungsnummer. Der Effekt war, die Hasspostings sind überhaupt nicht zurückgegangen, sie sind teilweise anders formuliert worden. Aber es sind die persönlichsten Daten von 30 Millionen Südkoreanerinnen gestohlen worden und am Identitätsschwarzmarkt gelandet. Und der Verfassungsgerichtshof hat das ganze Gesetz danach auch noch aufgehoben, weil es absolut nicht funktioniert hat. Und warum die ÖVP da immer noch drauf bleibt auf dieser Idee, kann ich mir nur damit erklären, dass sie einfach grundsätzlich noch immer nicht verstanden hat, wie das Internet funktioniert. Ich meine das total ernst, weil wie kann man im Wissen, dass der Hass, das sagen alle Expertinnen, alle Studien, vor allem über Klarnamen kommt und dann glauben, man wird dem Problem Herr mit einer Klarnamen. Das ist absolut illusorisch. Ich meine, der Gesetzesvorschlag hat nur tausend andere Probleme, nämlich dass man sehr schnell an die persönlichen Daten von jemandem kommen würde, wenn man einfach sagt, er hat ihn im Internet beschimpft. Ganz grundsätzlich, also vielleicht, wenn ich das nur sagen darf, ich fordere, dass es eine Möglichkeit gibt, gegen Hass im Netz fortzugehen. Und zwar kostenlos und niederschwellig, ohne persönliches und finanzielles Risiko für die Betroffenen. Ich bin aber keine Scharfmacherin in dem Bereich. Ich will nicht, dass wir überall sofort mit dem Strafrecht hinten nachrennen. Das ist absolut nicht meine Position. Und natürlich sind wir da in einem Bereich, wo es ganz schwierig ist abzuwägen. Ja, das sind immer Dinge, die vom Kontext abhängen. Nicht alles, was Hate Speech ist, ist tatsächlich, also finde ich, soll tatsächlich unter den Strafrechtlichen oder Verwaltungsstrafrechtlichen Rahmen fallen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Abstufungen. Ein letzter Punkt noch vielleicht. Ich finde das auch für die Plattformen schwierig. Ich kann verstehen, dass die gerne Regulierung hätten, weil es ist ja problematisch. Wir lagern momentan die Beurteilung davon, was rechtswidrig ist, in die Hände von privaten Konzernen aus. Abgesehen davon, dass es, also wie viele Sachen ich schon gemeldet habe, die dann, wo man aus völlig unerkennlichen Gründen findet, dass es mit der Community-Bestimmung in Einklang ist, umgekehrt Leute geblockt werden für, also sie ist thematisiert von Antisemitismus oder also wegen Wahlbeeignisse, wie wir es jetzt hatten auf Twitter. Es sind rechtliche Laien, die sich das anschauen, die wissen das nicht. Also rechtliche Laien ist das eine Problem, das andere, sogar wenn es nicht rechtliche Laien wären, ist es einfach wirklich schwierig oft zu beurteilen. Also wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht uns, dass unsere Anforderung an diese Plattformen die ultimative Zensur ist. Also da bewegen wir uns auf einen sehr schmalen Grad insgesamt. Das, wo ich tatsächlich die Plattformen total in der Verantwortung sehe und wo wir sie momentan nicht haben, ist, dass einerseits, es braucht jedenfalls Zustellungsbevollmächtigte, das ist auch das Einzige, was aus dem Netzdurchsetzungsgesetz in Deutschland positiv ist, würde ich sagen. Maria Windhager, meine Anwältin, hat, glaube ich, für ein Verfahren mit der Ekatera Wischnik drei Monate mal getraucht, um herauszufinden, welcher Anwalt in Kalifornien die Person ist, der sie die Klage zustellen kann. Was die Verantwortung von der Plattformen jedenfalls ist, ist, in dem Moment, wo Dinge zu löschen sind, und wo es klaren Einstellungen immer gibt, müssen sie das auch tatsächlich tun, da sind sie sehr schleißig. Also es gibt diesen Fall, wo, also eine montierte Geschichte, wo draufsteht, Eva Klawischnik hätte gesagt, Flüchtlinge müssen Frauen vergewaltigen dürfen, weil das ist Teil ihrer Kultur, das ist nur in Österreich gelöscht worden, und überall in Deutschland ist es geblieben, und dementsprechend, also da haben wir halt auch diese ganzen Problematiken, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, da kann ich wahrscheinlich fünf Jahre dazu reden. Ich möchte es aber noch einmal ein bisschen in eine andere Richtung noch einmal an euch zurückwerfen, und zwar zwei Dinge, die mir da in der Diskussion immer wieder auffallen. Das eine ist eben diese ganzen Studien, die besagen, dass Klarnamen nicht nur nichts bringen, sondern das Problem sogar verschärfen, weil durch die Klarnamenpflicht nämlich Leute, die eigentlich sehr nett kommentieren würden, die aber nicht mit Klarnamen kommentieren möchten, wegfallen. Das heißt, es wird sozusagen insgesamt das Publikum derer, die kommentiert, wird aufgehustert und wird schärfer. Also die, die sich dann tatsächlich noch trauen. Da gibt es eine Studie aus der Schweiz in einem Forum. Und das zweite ist, dass ja, also von der Politik bis zu den Medien alles so tun, es würde das 30 bis 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung betreffen, wo wir durch viele Studien inzwischen wissen, dass es ein Prozent der österreichischen Bevölkerung sind, die sich überhaupt politisch, öffentlich äußern. Also das betrifft ja mal 99 Prozent der Menschen gar nicht. Die ein Prozent reichen dann, dass es genug Leute gibt, die Hass verbreiten. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Minderheitenproblem. Das zweite, was mich wesentlich mehr interessieren würde, gibt es irgendwelche neuen Ansätze. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass in Südamerika gibt es so eine Idee, beziehungsweise machen die das, da gibt es so Schnellgerichte, wo also ausgebildetes richterliches Personal eine solche Hate-Nachricht vorgelegt bekommt, entscheidet, geschwind entscheidet, ist es, ist es nicht und dann Facebook das sofort löschen muss. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite, was ich ja immer noch nicht weiß, ist, was löst dein Problem? Was löst das Problem, dass man privat sozusagen in einer Privatnachricht Leute alles heißen kann und dass es dagegen keine rechtliche Maßnahmen gibt? Gibt es dazu irgendwas, was die Parteien sagen? Also ich kann nochmal was dazu sagen, was löst mein Problem? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten anzusetzen. Das eine wäre, die Unterlassung aufzumachen und direkt dort das zu verankern, dass es glaubbar ist, wir haben Cyberstalking-Paragrafen, die nicht funktionieren, weil dort immer noch Beharrlichkeit oder Wiederholung erforderlich ist. Aber es gibt jedenfalls Möglichkeiten, vor allem kann man, also diese einzigen Möglichkeiten, diese Dinge zu klagen, sind privatrechtlich und damit mit extrem hohen Kosten verbunden. Es ist, also die am stärksten betroffene Gruppe von Hass im Netz sind geflüchtete Menschen, Migrantinnen. Dort ist es aber weniger problematisch unter Anführungszeichen, weil dort die Verhetzung greift und dort die Staatsanwaltschaften den Auftrag haben zu verfolgen. Was jetzt, also Schnellgerichte, möglicherweise Option. Jedenfalls braucht es die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die der Brandstätte eigentlich schon mal haben wollte, die auf solche Themen spezialisiert sind, weil das ist natürlich auch ein Problem, dass wir in der Justiz und in der Polizei zu wenig Know-how über diese Themen noch haben. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt, auch Nachschulung in diesem Bereich. Und es muss von mir aus gesehen, nicht jeder Bezirks-, jeder Grätzlpolizist über die Möglichkeiten von Cyberkriminalität oder Hass im Netz oder was auch immer informiert sein. Es käme mir auch gut vor, wenn es eine digitale, also quasi eine Online-Anlaufstelle gibt für solche Anzeigen, wo dann auch Leute entsprechend kompetent mit dem Thema umgehen können. Also das eine sind Gesetzesänderungen, das andere ist die Staatsanwältinnen, die auf das Thema spezialisiert sind und tatsächlich alles fachliche Know-how haben. Also in meinem Fall, wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet, wie wir den Richter erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen Facebook-Seite und Facebook-Profil. Er hat es eh verstanden, aber es ist auch in der Berichterstattung rund in diesem Fall. Es werden dauernd sehr, sehr viele Dinge verdreht, weil es halt einfach doch recht komplex ist. Es ist auch eine sehr spezielle Konstellation. Gibt es da Zustimmung, Widerspruch? Bei fast allem Zustimmung und noch eine Ergänzung. Bei allem Zustimmung und noch eine Ergänzung. 2017 hat die Nationalratsabgeordnete Dutzte mit Brandstetter gemeinsam die fünf Sonderstaatsanwälte gefordert. Waren irgendwie alle begeistert, dann kam es wieder zur Regierungsumbildung und die ÖVP hat seitdem einfach genau nichts mehr gemacht. Das ist mittlerweile so weit, dass Verfahren in die Länge gezogen werden, dass es wirklich keine Handhabe und keine Möglichkeit mehr gibt. Die größte Sorge, wenn das jetzt noch so weitergeht, ist das gewisse Verfahren sogar auch noch verjähren. Das heißt, der Handlungsbedarf, neben dem, was die Sidi gesagt hat, noch einmal unterstützend herauszustreichen, wir brauchen einfach hier Sonderstaatsanwälte. Wir haben damals über fünf Personen gesprochen, die sich hier möglichst schnell und sich auskennend auch mit den Fragen Hass im Netz und Co. auseinandersetzen können. Das fehlt einfach komplett. Okay, danke. Und es gibt auch dazu keine Meinungen momentan mehr von der ÖVP. Schnellgerichte finde ich durchaus eine spannende Überlegung. Habe ich so noch nicht gehört. Muss man sich durchdenken, finde ich durchaus nicht unspannend. Muss man sich auch überlegen, wer finanziert das dann? Also inwiefern kann das zum Beispiel mit den Plattformen gemeinsam und so weiter, dass das auch direkt dann wirklich aktiv wird und dann nicht wieder irgendwelche Fristen dazwischen sind. Ich glaube, was man schon diskutieren kann ist, und ich weiß, dass das natürlich immer Strafrecht ein sehr weiterer Schritt ist, aber verbale sexuelle Gewalt auch in den Strafrechtsbestand aufzunehmen, weil das durchaus etwas ist, was immer häufiger auftritt. Und das ist natürlich ein sehr starkes Instrument, aber durchaus eines, worüber man, glaube ich, diskutieren muss, weil es immer wieder vorkommt. Und das ist nicht nur der Fall Maurer, sondern das passiert ja, wenn man in Schulen geht, beispielsweise mit jugendlichen Mädels redet, nahezu täglich solche Dinge, also die Dick-Pics und so weiter. Das ist ja kein Thema, was man unter den Tisch kehren kann. Spezialisierung, Staatsanwälte ist schon gefallen. Ich glaube aber, was noch eine wichtige Maßnahme ist, weil du den Kretzelpolizisten angesprochen hast, was ich mir zumindest erwarte, dass der Kretzelpolizist versteht, dass es dieses Thema gibt und das weiterleitet. Also auch diese Fälle gab es nämlich oft genug in der Vergangenheit, dass jemand mit Online-Betrog, mit was auch immer, zum Kretzelpolizist gegangen ist und gesagt hat, naja, können wir nichts machen, das gehört jetzt weg oder ähnliches. Also die Fälle gibt es immer wieder. Und ich glaube, das ist durchaus notwendig, dass man zumindest dieses Maß an Schulung wirklich bei jedem einzelnen Beamten unterbringt. Danke. Darf ich nur ganz kurz? Nein, es gibt seit scheinbar ein bis zwei Jahren ein Buch für die Polizeiinspektionen und da steht drinnen, wie man in der Situation dann umgeht. Haben Sie es auch gelesen? Ich bin selber in die Situation gekommen, weil ich einen Bekannten zur Polizeiinspektion am Schöpfe gebracht habe in einem Betrugsfall. Es war ein sehr amüsanter Nachmittag dort. Die Kollegen waren unheimlich nett, aber einfach komplett überfordert. Die haben nicht gewusst, was tun sollen damit. Und vielleicht noch eine Sache zu dieser digitalen Ausweispflicht, die ja gefordert wurde überspringen. Man darf ja nicht vergessen, auch welche Daten und welche sensiblen Daten man damit automatisch, also nehmen, dass sie wie eine Behörde handeln müssen, die haben dann diese Daten. Also die haben dann meine Führerscheinnummer, die haben dann was auch immer. Das sind durchaus sehr sensible Daten, wo man auch sehr, also wir diskutieren ja alle die ganze Zeit, welche Daten hat Facebook schon, welche geben wir ihnen noch. Das ist ja die Hauptdiskussion, die wir die ganze Zeit führen. Und damit kriegen sie weitere sehr spannende Daten aus ihrer Perspektive, was auch nicht zu verharmlosen ist. Danke. Ich wollte, also kann oder will eigentlich bei diesem Thema nur auf der Meta-Ebene bleiben und meine Wahrnehmung schildern, weil ich stehe halt fest, dass wir doch glaube ich Herausforderungen haben. Wir haben diesen Hate Speech, wir haben dieses Thema Fake News, wir hören, dass Wahlen beeinflusst werden, weil halt große Datenmengen über Algorithmen, irgendwelche Botschaften in die richtige Zielgruppe, also wir haben schon Herausforderungen. Ich glaube das steht außer Streit. Ich höre dann immer, wenn halt Maßnahmen kommen, dann ist halt sofort die Diskussion da, Freiheit des Internets, natürlich ein hohes Gut, Grundrechte. Also in diesem Spannungsfeld war ich bei der ersten Frage für mich schon so in der Wahrnehmung. Und da Lösungen zu finden ist offensichtlich nicht ganz einfach. Aber das muss der Ansatz sein, dass man halt in diesem Spannungsfeld auch konkrete Instrumente, weil, was mir so nicht so taugt an der Diskussion am Ende des Tages, heißt es dann, wir brauchen Aufklärung in den Schulen, ja eh, sage ich, ja eh. Aber natürlich gehört das auch, wir brauchen auch Instrumente, glaube ich. Das ist das, was wir wirklich auch... Nein, also Aufklärung in den Schulen finde ich eh nett und das machen wir eh, aber... Aber mit dem lösen wir es ja nicht. Nein, also nein. Also erstens haben wir Vorschläge genannt, was man tun kann und das andere Ding ist halt schon, es ist kein Recht Hass im Netz zu verbreiten und es gibt schon, also es gibt auch Vorschläge, die jetzt nicht auf einer rechtlichen Ebene sind. Jetzt ist natürlich als Politikerin, denkt man immer als erstes sofort an ein Gesetz. Aber was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist, dass es auch die Möglichkeiten gibt, Netzwerke zu blocken zum Beispiel, ist etwas, was Wissenschaftlerinnen vorschlagen. Und ich glaube, wir haben schon die Verantwortung, die Atmosphäre und da sind wir an einem Punkt, wo wir sehr wohl, also, weil vorher von Presseförderung geredet worden ist. Eine Möglichkeit wäre aus meiner Sicht zum Beispiel, dass in Foren von Online-Medien die Presseförderung erhalten, oder dass das zum Beispiel ein Punkt wäre, nachdem man Presseförderung auch bemessen kann, dass dort eine entsprechende Moderation gesichert sein muss, die bestimmte Kriterien einhält. Also gute Moderation ist ganz grundsätzlich immer das, was gute Foren und einen guten Austausch ausmacht. Da gibt es viele Beispiele dafür und ich bin grundsätzlich schon dafür, dass wir die Hater aussperren. Und zwar nicht, weil jetzt deren Rechte einschränkend sind, sondern weil wir auch eine Verantwortung haben gegenüber den Betroffenen. Und die zu schützen ist mir wichtiger als die Diskussion, ob jetzt jedes Posting zum Beispiel ein bestimmtes Kriterium erfüllt hätte, dass man strafrechtlich verfolgen kann. Ja, alle Statistiken sind das ein paar tausend Leute in Wirklichkeit, die das hauptsächlich tun. Genau. Okay, super. Also wir merken, es ist immer ein emotionales Thema. Man kann stundenlang darüber reden. Wir haben versucht, es hier auf einem Punkt zu beschränken und gehen deswegen zum nächsten. Das nächste Thema ist die Digitalthemen auf EU-Ebene. Da geht es natürlich insbesondere um die Themen Urheberrecht, das Thema Uploadfilter. Die Themen, die man einfach nur in einem größeren Kontext behandeln kann. Wir haben jetzt auch schon andere Themen gehabt, wie zum Beispiel die Steuerthemen, die man auch nur in einem größeren Kontext behandeln kann. Wie schaut es aus mit den Positionen zu diesen Themen? Also eben jetzt Urheberrechtslinie, Uploadfilter, aber auch zum Beispiel E-Evidenz. Was sind da die Meinungen der Parteien? Und diesmal fangen wir bei den NEOS an. Ja, Uploadfilter, das ist noch rausbekommen am späten Abend, haben wir damals abgelehnt und lehnen wir heute auch noch ab. Wir sind auch bereit zum EuGH damit zu gehen, weil es einfach eine Form der Zensur ist, die wir nicht zulassen wollen. Jetzt auch technisch ist das Ganze äußerst unausgereift, das wissen hier wahrscheinlich eh die meisten, aber es gibt ganz viele Probleme. Erstens ist das eine Thema von Zitaten, also wenn ich jetzt beispielsweise ein Zitat verwende, können diese technischen Tools momentan nicht unterscheiden, ist das ein Zitat oder ist das nicht. Dasselbe Thema bei Satire, etwas ganz Wichtiges, glaube ich auch in der Meinungsbildung ist Satire. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Medium, ein Format der Kunstor ist, die wir damit massiv einschränken würden, wenn nicht sogar de facto verbieten würden in der Realität. Also das sind schon durchaus wichtige Fragen. Die zweite Sache, die mit der ganzen Sache einher geht, ist, wenn ich dann so einen Uploadfilter habe, dann brauche ich auch eine Datenbank, wo die ganzen urheberrechtlich geschützten Dinge drinnen sind. Jetzt ist dann auch die Frage, wer kann diese Datenbank, wer kann sich das leisten? Das werden wahrscheinlich wieder die Großen sein. Das wird Google sein, das wird Facebook sein, das wird YouTube sein, wer auch immer die dann betreibt, beziehungsweise YouTube und Google gehören ja eh zusammen. Das heißt, du bist wieder in der Situation, dass die wahrscheinlich die Datenhoheit haben, die Hoheit über dieses ganze Thema und am Ende des Tages führt es dazu, dass kleine junge Unternehmer aus Europa, aus Österreich, von wo auch immer, keine Chance haben, de facto größer zu werden in ihren Bereichen. Weil sie sehr oft dann die Situation haben werden, dass sie kooperieren müssen, Lizenzgebühren an den großen jeweiligen abzuführen, um die Möglichkeit zu haben, so einen Uploadfilter zu haben, was wieder ein massiver Nachteil für die österreichischen Unternehmen ist. Und dementsprechend halten wir das für schwer fragwürdig. Da gibt es natürlich auch noch die Diskussionen, wie das überhaupt dazu gekommen ist und so weiter, was ja auch höchst fragwürdig war, wenn man sich anhört, wie viel sich diese Personen mit Internet besetzen. Und da gebe ich dir schon recht, da hat man echt das Gefühl gehabt, die Konservativen in Europa haben keine Ahnung, was das Internet eigentlich bedeutet. Und jetzt kann man sagen, ja, wir wollen ja alle nur die Freiheit des Internets schützen. Ich glaube, dass das etwas Essentielles ist. Also ich halte Zensur für etwas wirklich Widerwärtiges. Und das hat in einer liberalen Demokratie nichts verloren. Und da kann man noch siebenmal sagen, naja, aber ihr dürft ja nicht immer die Freiheit des Internets über alles stellen. Ich glaube, das ist eine freie Meinungsäußerung und ich glaube, dass die Freiheit des Internets etwas Essentielles sind. Andreas, einer der Gründe, warum Silicon Valley Silicon Valley ist, und in den USA ist und nicht bei uns, ist ja unter anderem, dass es in den USA diesen Fair-Use-Paragrafen gibt. Das heißt, dass die Nutzung von urheberrechtlichem Material für private Zwecke, der nicht gewinnorientierte Zwecke erlaubt ist. Und das hat einen ganzen Wirtschaftszweig ja wahnsinnig explodieren lassen. Also das ganze Social-Media-Thema. Und die ÖVP ist eine Wirtschaftspartei und ist hier aber eigentlich allein auf weiter Flur. Also sogar die FPÖ hat sich, glaube ich, enthalten, was die Upload-Filter betrifft. Ist das nicht eigentlich total wirtschaftsfeindlich? Am Ende haben Sie zugestimmt. Am Ende haben Sie zugestimmt. Okay, sorry. Ich habe mir eingebildet, Sie haben sich enthalten, aber dann haben Sie am Schluss zugestimmt. Aber trotzdem, Sie sind nicht da. Die Frage, ist das nicht eigentlich ziemlich wirtschaftsfeindlich? Also ich glaube, dass Silicon Valley funktioniert, so wie es funktioniert, hat auch andere Gründe, glaube ich, diese Urheberrechtsfrage wieder zentraler sein, aber da geht es um den Umgang mit Risikokapital, da geht es um den Umgang, wenn man mal beruflich scheitert und eine ganz andere Kultur dahinter. Da bin ich durchaus auch der Meinung, dass wir uns aus dem amerikanischen Raum auch manches abschauen könnten, vielleicht nicht alles. Ich möchte nur zur Gesamtdiskussion bemerken, was mir ein bisschen auffällt. Wir haben ganz am Anfang, glaube ich, über Cybersicherheit diskutiert und wir haben gesagt, eigentlich ist es ein wichtiges Thema und wir müssen schauen, dass wir da Maßnahmen setzen. Dann probiert man halt was, dann sagt man sofort wieder, na geht alles nicht, weil irgendwie das halt mit dem Grundrecht nicht vereinbar ist, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ich kann das nachvollziehen, lasst es mir ausreden. Ich kann das schon nachvollziehen. Dann haben wir über Hate Speech diskutiert und man überlegt Maßnahmen und dann sagt man gleich wieder, na das geht auch nicht, weil halt irgendwie und so. Jetzt haben wir die Frage urheberrecht. Für mich eine ähnliche Diskussion, weil wenn ich die Diskussion richtig einordne, ist es ja so, dass eigentlich einmal alle sagen, die Suche über Recht hat reformiert. Das sind, glaube ich, alle, glaube ich, gell? Also da gibt es nur Konsens. Und wenn wir dann halt die Maßnahmen wieder diskutieren, um das Suche über Recht quasi zu in Ordnung zu bringen, dann scheiden sich die Geister schon wieder massiv. Das ist so, glaube ich, der grundsätzliche Zugang, weil ich möchte schon ein Plädoyer für das geistige Eigentum halten. Oder wenn quasi ein Künstler etwas komponiert, dann ist das sein Eigentum. Und wisst, wir als ÖVP sind auch ein bisschen die Eigentumspartei und wir wollen auch das Eigentum schützen. Und das muss auch legitim sein, glaube ich. Natürlich über die Instrumente höre ich jetzt auch schon aus dem Vorred und wird mir wahrscheinlich immer darüber diskutieren müssen. Der Upload-Filter ist meines Wissens auch in der EU-Richtlinie nicht vorgesehen. Sondern ich glaube, dass diese Plattformen halt aufgefordert werden, konkret zu überlegen, wie sie dieses Eigentum schützen. Also das ist durchaus auch eine legitime Zukunft. Sigi. Nein, ich finde das ja eh interessant, wenn das so geschildert wird. Ja, wir sind in der Politik, es geht um feine Unterschiede und genau die machen es natürlich aus. Und ich kann nicht ganz erkennen, also... Mir fehlen halt immer nur die konkreten Vorschläge, man kann ja immer. Also das versteht, das versteht, das versteht, das versteht, das versteht, das versteht, das versteht wirklich überhaupt nicht. Okay. Weil, ähm, die Lösungsvorschläge, die ihr bringt, haben mit der Realität, haben mit der Realität meistens überhaupt nichts zu tun. Und Upload-Filter, also... Aber offensichtlich können wir über unsere Reden, weil es keine anderen gibt, oder wie ist das? Naja, also ganz grundsätzlich, vielleicht mal ein paar grundsätzliche Dinge. Also, es wird immer so getan, als wäre das Internet, ähm, als wäre da noch nichts reguliert. Das Internet ist schon extrem stark reguliert. Ähm, das ist überhaupt nicht so, dass da, dass es da so riesengroße Lücken gäbe. Es gibt aber die Idee, ähm, das alles noch viel stärker kontrollieren zu können. Und, ähm, also ich weiß nicht, wir haben Jahrhunderte von Rechtsdiskussionen hinter uns, aus denen heraus die Absteckung von Grundfreiheiten, von Grundrechten entstanden sind. Ganz feine justizielle Abwägungen zwischen, ähm, was höher zu bewerten ist in bestimmten Situationen und so weiter. Ähm, und da wundert man sich jetzt plötzlich, dass diese Diskussion über die Est-Film diffizil ist. Ja, das ist sie teilweise. Ähm, aber, äh, genau da liegt, also, ich finde, dass man grundsätzlich mal das Medium oder die Technologie, die Wirksamkeit, ähm, ähm, verstehen muss, damit man dann wieder kümmern kann. Und mir kommt halt immer noch vor, dass, also, man will da auch mit dem Holzhammer draufhauen und hat Lösungen, die mit den Realitäten einfach nicht kompatibel sind. Ähm, die Beispiele, also, es gibt ja schon zahlreiche, eben von Zinsen, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind. Die sind, 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 die sind Wir haben in den USA zum Beispiel, also noch ein Hinweis, weil immer so getan wird, Silicon Valley und Stanford und so weiter. Diese ganzen Innovationen haben damit begonnen, dass massiv der Staat Grundlagenforschung finanziert hat. Das war der Ausgangspunkt und nicht Entrepreneurship und Risikokapital oder sonst irgendwas von einzelnen Leuten. Ich lese nach, weil im Staat ist das eigentlich inzwischen außer Streit gestellt, was da der zentrale Punkt war, dass sich das so entwickeln hat. Aber ich möchte noch was sagen, also zurück zum Urheberrecht. Also in den USA gibt es inzwischen eine ganz große Diskussion darüber zur Patentanmeldung, weil es so große Ausmaße hat. Also eigentlich müssten wir total umschränken auf Open Patents, weil inzwischen bestimmte Unis nicht mehr forschen können, weil sie Patente kaufen, müssen sie verdienen, bevor sie überhaupt daran arbeiten können. Was ich sehr schade finde an dieser Urheberrechtsdiskussion der letzten Jahre, wo es Kühler, wir bewegen uns wieder weg von einer freieren, und vom Auffang an den Zugang ist, dass die großen Verlage, die großen Konzerne, die das vor allem betreiben, die agieren ja aus völligem Eigeninteresse. Die Künstlerinnen und Künstler haben von diesen Maßnahmen in den allermeisten Fällen nichts. Und das ist leider sehr gut gelungen, auch in Österreich, mit dieser Kampagne Kunst hat Recht, wo sich leider auch Leute einspannen haben lassen, wo ich nicht verstehe, warum sie das gemacht haben. Das ist eine Augenauswischerei. Es geht um die Profite der großen Konzerne und nicht um den Schutz des Eigentums, also um den Schutz des Urheberinnenrechts. Es geht um die Verwerter und nicht um die, die eigentlich Dinge schaffen und komponieren oder was auch immer. Und ich glaube, dass die Lösung dafür sein muss, dass man zu anderen Künstlerinnenvergütungen kommen und anderen Versicherungen, bla bla bla, alles auf dieser Ebene. Aber diese Idee, wir können im Internet alles kontrollieren, es ist immer die gleiche Idee. Es ist die Idee, dass man das alles überwarten und kontrollieren kann, das halte ich für schwer problematisch. Und auch nicht zum Schluss. Nur kurz, der Weg zum Schluss ist jetzt ein bisschen gekommen. Ich halte nur fest in der Diskussion, dass ich gesagt habe, dass die U-Richtlinie den Abblattfiltern nicht explizit vorsieht, sondern halt quasi, dass das geistige Eigentum zu schützen ist. Und auch meine Frage in deine Richtung, aus deinem konkreten Vorschlag auch, habe ich wieder ein allgemeines Statement über dieses Thema gehört. Aber in den Erläuterungen steht sowohl der Abblattfilter drin. Also das ist, in den Erläuterungen ist es ganz klar. Aber es geht um den Schutz des Geistes, um Herreglons würde ich fragen. Meine zweite Frage in die Runde wäre, wie denn eine nationale Umsetzung ausschauen könnte. Also da könnte man sich dann auch deklarieren, ob man für Abblattfilter ist oder nicht. Aber jetzt kommt vorhin auch der Jürgen dran. Und ich mache es jetzt aber kurz, weil die wichtigen Dinge zum Großteil schon gefallen sind. Erstens in den Erläuterungen steht da drinnen. Danke dafür, das ist ein stringender Punkt. Sie sind juristisch nicht bindend. Sie sind juristisch nicht bindend, aber es ist die Frage, was die Alternative dazu ist. Du fragst immer nach Alternativen. Da ist genau der Punkt zum Abblattfilter. Was ist die Alternative? Aus unserer Sicht stellt sich dar, dass es im weitesten Sinn eine Zensurinfrastruktur hochgezogen werden muss, so wie der Douglas vorhin schon gesagt hat. Und was ist die Konsequenz? Wer wird es sich leisten können? Wer kann denn so eine Filterarchitektur überhaupt bauen? Und wer kann sie dann vertreiben? Und wir kommen wieder ins Selbe. Es sind die großen paar Unternehmen aus Amerika, die jetzt schon die Hand auf der gesamten Internet drauf haben, seit jeher. Hier gibt es nicht die Vorstellung, dass Amerika, Europa und andere Kontinente gleichberechtigt im Internet etwas zu sagen haben. Sondern der springende Punkt ist, wir haben alles den Fokus auf Amerika und die paar großen Unternehmen. Das ist ein riesen Geschäftsmodell. Kommt denen zugut. Sollten sie mal Steuern bei uns zahlen, vielleicht uns auch, aber sonst eigentlich gar nicht. Die Problematik in Bezug auf Zensur ist schon gesagt worden. Die Problematik in Bezug auf Meinungsfreiheit. Das steht alles überhaupt in keinem Verhältnis. Du hast jetzt noch eine Frage eingeführt, die ich gleich mit reinnehme. Umsetzung sollten wir in die Regierungsverantwortung kommen. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert. Unser Zugang, es gibt die EU-Verordnung, die EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Aber wir wollen davor Expertinnen und NGOs so weit einbinden, dass wir das Maximum rausholen können, um ein bisschen mehr Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt rauszuholen. Die Diskussion haben wir sehr intensiv geführt und die Diskussion ist keine schöner. In dem Moment, wo die Richtlinie draußen ist, müssen wir nach EU-Recht innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Wir haben es nicht gewollt. Wir sind weiter dagegen, aber das ist genau das, was wir dann tun können, wenn wir in der Regierungsverantwortung sind. Und wir wollen Expertinnen und NGOs so weit einbinden, dass wir zumindest eine gewisse Meinungsfreiheit und eine gewisse Meinungsvielfalt zusammenbekommen. Das ist das Letzte, was man dann auch rausholen kann. Danke. Gibt es noch andere? Ich kürze es jetzt so ein Abfilter. Also gegen den Abwandfilter logischerweise. Ich möchte noch etwas sagen, weil gesagt worden ist, ich habe keine konkreten Lösungen vorgestellt. Nein, ich verstehe das, dass du das nicht verstehst. Nein, dass das für dich zu groß der Skop ist. Aber das, was ich argumentiert habe, war insgesamt ein anderer Umgang mit Urheberinnenrecht ganz grundsätzlich. Das heißt, da haben wir einen anderen Zugang. Du sagst, das geistige Eigentum muss in der Form geschützt werden, wie du dir das vorstellst. Ich sage, wir brauchen eine Revolution im Umgang, wie wir mit Urheberinnenrecht umgehen. Gut, wir haben jetzt noch ein Thema, wo es in Wirklichkeit wiederholt sich so ein bisschen, weil es geht wieder um das Datensammeln. Also ich fasse das jetzt einmal zu einem Thema zusammen, weil E-Evidenz wäre jetzt noch bei dem Thema dabei gewesen. E-Evidenz, E-Health, elektronische Patientenakte, Registerdaten für Forschung. Also alles, was sozusagen darum geht, entweder zentrale Datenhaltung zu schaffen oder zum Beispiel wie bei der E-Evidenz, es darf aus einem anderen EU-Land und alles unter Anführungszeichen abgegriffen werden an Daten, sobald jemand gegen ein konkretes Gesetz des jeweiligen EU-Lands verstoßt, auch wenn das zum Beispiel kein Verstoß in Österreich wäre, darf man ein Datenauskunftsbegehren machen. Also es stehen die Zeichen auf mehr sammeln und es stehen die Zeichen auf diese Sammlungen tatsächlich auch verwerten und auch innerhalb der EU, auch über die Grenzen hinweg verwerten. Da gibt es eine ganze Menge Kritik daran, vor allem eben auch in Bezug auf, eigentlich ist das, wie ist das überhaupt kompatibel mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja da eine Datensparsamkeit vorschreibt, die wir hier definitiv nicht, die wir nicht anwenden, wie ist das kompatibel mit Sicherheitsideen, mit Sicherheitskonzepten, wie stehen die Parteien da dazu? Fangen wir diesmal wieder beim Andreas an. Für mich zieht sich das wie ein bisschen ein roter Faden durch die Diskussion, so wie ich das überblicke, ist es so, dass es durchaus Sinn macht und auch die Wissenschaft sagt, auf große Datenmengen zugreifen zu können, um auch evidenzbasiert, eine gute Politik zu machen, macht Sinn. In dieser Frage werden wir wahrscheinlich wieder Konsens haben und da werden wir sagen, ja, das macht Sinn. Wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, wie man auf diese Daten jetzt öffentlich oder privatwirtschaftlich zugreifen kann, dann werden sich dann die Geister widerscheiden, vermute. Also ich bin halt immer einer, der auch gern sehr konkrete Instrumente sehen würde, wie das funktioniert. Natürlich vereinbar mit den Grundrechten, natürlich vereinbar mit allen Datenschutzrichtlinien. Da braucht es ja die konkreten Instrumente, die man da gemeinsam auf Experten wieder entwickeln sollte. Es sind ganz viele verschiedene Themen, die du da hineinpackst und dementsprechend sehr schwierig, glaube ich, eine globale Antwort zu geben. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir einen gläsernen Staat statt einem gläsernen Bürger haben, wie das immer so schön heißt. Das heißt, dass wir grundsätzlich als Bürger die Datenhoheit über unsere Daten haben. Dass wir uns zentral, wo auch immer und wie das auch immer gestaltet ist, da gibt es 100.000 Möglichkeiten, einloggen können und genau sehen, welche Daten sind gespeichert, wer hat zugegriffen, wann hat zugegriffen, auf genau welchen Datensatz. In den baltischen Staaten gibt es ja solche Dinge, wo das teilweise ganz gut funktioniert auch. Und ich glaube, da kann man sehr viel lernen davon. Es gibt viele Dinge, wo uns Daten oder eine Gesundheit, also ILGA beispielsweise und so weiter, wo solche Dinge durchaus weiterhelfen können, wo wir viel davon profitieren können als jede einzelne Person. Aber wir müssen ganz genau wissen, was passiert damit, weil es sind unsere Daten. Es gehört jedem Bürger aus meiner Sicht für ihn persönlich. Er muss selber auch eingreifen können, muss ganz genau freigeben können. Gerade Gesundheitsdaten natürlich etwas ganz, ganz Heikles, aber auch in Notsituationen möglicherweise sehr entscheidend ist. Also es gibt ja immer wieder die Fälle, dass man operiert werden muss, selber nicht bei Bewusstsein ist, nichts dabei hat, keine Daten von sich dabei hat. Das sind natürlich Daten, die gespeichert sind, über die man aber auch selber verfügen kann. Das ist dann etwas sehr, sehr Spannendes. Ich erzähle da ein sehr altmodisches Beispiel. Meine Großmutter hatte vor etlichen Jahren einen Schlaganfall. Mein Großvater ist nicht mehr damals der, wie sagt man da, geistig nicht mehr ganz fit gewesen. Und hat natürlich nicht alle Medikamente und so weiter, was sie halt alles braucht und was sie zu sie nimmt und wie und so weiter, gewusst. Meine Großmutter hat aber klugerweise in ihrem Geldbörsel einen kleinen Zettel drinnen gehabt, wo das alles abgebildet ist. Und das hat den Ärzten dort extrem geholfen. Meine Großmutter war süchtig nach so einem Nasenspray. Ganz, ganz böse Dinge. Ich darf allen nur empfehlen, keine Nasensprays die ganze Zeit zu verwenden. Weil sie einfach ohne dem keine Luft bekommen hat. Über 40 Jahre lang, jeden Tag, 15 Mal am Tag Nasenspray genommen. Das war ein ganz essentieller Wissensschatz dort für die Ärzte vor Ort, dass sie das braucht. Und das sind Dinge, die man natürlich auch elektronisch abspeichern kann, solange ich selber die Datenhoheit darüber habe. Und das, glaube ich, ist durchaus sinnvoll. Wesentliches Argument. Ich glaube auch, dass bei der ELGA beispielsweise die Möglichkeit, hinauszugehen, ein wichtiger Fortschritt in der gesamten Diskussion damals bei ELGA war. Das heißt, nicht nur selber herüber die eigenen Daten zu sein, sondern auch die Möglichkeit zu sagen, nein. Ich glaube aber, bei all dem ist wieder der springende Punkt, wie schaut es mit dem Datenschutz aus? Haben wir das Commitment in der österreichischen Politik und in der österreichischen Gesellschaft, dass Datenschutz einer der höchsten Prämissen sein sollte? Und ich glaube, momentan die Befundaufnahme ist leider nein. Und wenn ich dann höre, dass wir darüber nachdenken könnten oder sollten, wie wir Daten nicht nur als Staat, sondern auch noch privatwirtschaftlich nutzen, möchte ich nur noch einmal anführen, dass es gut wäre, ein Verbot für den Verkauf von sensibler Daten endlich umzusetzen. Wir reden hier über Gesundheitsdaten. Die wirtschaftliche Verwertung von Gesundheitsdaten ist für mich aus einer vielerlei Zahl an Dingen undenkbar. Es fängt schon damit an, dass ich mir schwer tue, immer noch aus dem Bauch heraus, dass wir sensible Daten so klastern, so sammeln und in ein Becken hineinwerfen. Es ist immer noch die Frage des Schutzes dieser Daten. Und dann auch noch die wirtschaftliche Verwertung ist für mich dann endgültig, wo ich sage, nein, sicher nicht. Es ist für uns auch denkbar oder für uns eine Forderung, dass wir sagen, dort, wo es Datenschutzprobleme gibt, dass wir auch Verbandsklagen etc. endlich möglich machen müssen. Der mündige Bürger, aber auch der Zusammenschluss vieler Bürgerinnen und Bürger, muss hier endlich mehr Kraft und Durchsetzung bekommen, um seinen Datenschutzbegehr einzufordern. Ein kleiner Punkt, der würde mich interessieren, über den bin ich drüber gestolpert bei der Vorbereitung, in Bezug auf die Registriertaten, dass es hier Zugänge gäbe, dass man solche Daten synthetisieren möchte, damit sie quasi anonymisiert sind. Und ich bin dann gesessen, habe das gelesen und habe mir gedacht, okay, gut, das klingt nett, aber es klingt schon ein bisschen zu nett. Also vielleicht kommen wir dann in der Diskussion darauf, was darunter gemeint sein könnte. Was ist anonymisiert? Registriert? Registerdaten. Entschuldigung, Registerdaten, dass diese synthetisiert werden sollen. Das sind Zugänge, die ich irgendwie spannend fände. Weil natürlich profitieren wir davon, wenn wir in der Wissenschaft und Forschung Datensätze zusammenlegen können. Natürlich profitieren wir als Gesellschaft davon, wenn wir gewisse oder weitaus mehr Schlüsse als in der Vergangenheit herausziehen können. Aber nicht in der Form, dass der Datensatz Lena Doppel eins zu eins über Jahrzehnte und Jahrhunderte genau in der Form genutzt werden kann. Und da sind mir die Ansätze komplett neu und das fände ich spannend dann noch. Die statistische Verwertung. Genau, die statistische Verwertung. Sigi? Ja, also ganz grundsätzlich bin ich, muss ich ehrlich sagen, bin ein bisschen ratlos, was das betrifft. Ich glaube, der MS-Pro, Michael Seemann, hat recht. Wir werden die Datenströme nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und die Cookie-Weck-Klick-Geschichte, finde ich, ist ein extrem gutes Beispiel dafür, was garantiert nicht funktioniert. Genauso, wer liest AGBs, wer liest eh. Also, ich glaube, es ist ein bisschen illusorisch zu glauben, dass man das alles kontrollieren kann. Ja, es wäre natürlich super, wenn man alles einsehen kann. Inzwischen gibt es das ja teilweise, gibt es das ja auch schon. Aber auch das, glaube ich, wird nicht sicherstellen, dass das gescheit verwaltet wird. Also, ich bin grundsätzlich ein Datenschutz-affine Person. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viele Leute tatsächlich machen. Also, ich meine, das ist ja die grundsätzliche Frage, wie geht man insgesamt damit um? Ich hätte ein bisschen Hoffnung, dass es tatsächlich auch noch technische Lösungen oder Innovationen gibt, die uns da ein bisschen weiterbringen. Aber ich habe dazu nur kein, also logischerweise, kein Antwort drauf. Ich glaube, es ist insgesamt eine sehr große Diskussion. Zur Registerforschung, ich bin selber, also ich habe das letzte Jahr am IHS gearbeitet, habe mich schon für eure Studien. Und ich bin total überzeugt davon, dass es total Sinn macht, in bestimmten Bereichen Registerforschung zu lassen. Also, ich sage nur, das ist aus einer sozialen und gesellschaftlichen Sicht, wenn wir empiriebasiert Politik machen wollen, und das ist meine totale Überzeugung, ich bin dafür, dass wir Politik an der Wissenschaft ausrichten und an der Empirie, dann ist das etwas, was uns extrem weiterbringt. Kann ich das vielleicht ganz kurz erklären, weil ich glaube, das werden nicht alle wissen. Also Registerforschung bedeutet, dass man zum Beispiel, also die Statistika Austria hat Daten, natürlich ist das immer, also da liegen keine Klarnamen herum. Aber Beispiel, wir haben in Österreich ein System, Matrikelnummern, man kriegt an den Universitäten jetzt seit Neuestem auch an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen eine Matrikelnummer, die bleibt das ganze Leben dann gleich. Man hat diese eine Matrikelnummer, die können, also die wird von der Statistika Austria gespeichert, also in den Universitäten vergeben, es wird abgeglichen, wenn man an mehreren Universitäten ist, wo man Studienbeiträge zahlt, etc. Jetzt kann man diese Matrikelnummern, also in der Vergangenheit, wo die FHs diese Matrikelnummern nicht hatten, war es zum Beispiel nicht möglich, Studienverläufe nachzuverfolgen. Das ist aber etwas extrem Spannendes, wenn wir darüber reden, wie wir Hochschulforschung, oder wie wir unsere Hochschulen insgesamt organisieren, dann ist es gut und wichtig zu wissen, wie lange brauchen die Leute, wechseln sie Studienfächer, in welche Fächer wechseln sie, wer braucht mit welchem Bildungshintergrund, wie lang. Also personenbezogene Daten zu statistischen Zwecken verwenden zu können, ohne dass die einzelnen Personen dabei identifizierbar sind. Genau, also das passiert ja auch schon, dass man Freigabe für solche Dinge kriegt, ist sehr aufwendig, bestimmte Dinge darf man überhaupt nur in der Statistika Austria, in diesem einzelnen Raum einsehen, und das ist mir auch richtig so, aber ich finde gleichzeitig, und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig an, in der Diskussion in der netzpolitischen Community, da habe ich schon manchmal das Gefühl, natürlich ist die nicht technologiefeindlich oder forschungsfeindlich, oder so, aber dass da teilweise auch zu restriktiv damit umgegangen wird. Also es ist vollkommen klar, also wenn man damit forscht, da passieren ganz viele Sachen, die Daten werden analysiert, da wird, da werden Schleier drübergezogen, wie sagt man, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber man schaut halt, dass die, also man verwischt die Datensätze, so dass man trotzdem statistisch damit arbeiten kann, aber damit die Rückverfolgbarkeit auf die konkrete Person ausgeschlossen ist. Ich habe selber ein bisschen Einblick gehabt in diese Dinge am IHS, und ich glaube, dass die Rahmenbedingungen dafür gut in place sind, und ich glaube, dass wir davon profitieren können. Danke. Also die eineinhalb Stunden sind jetzt wie im Flug vergangen, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, Ihnen geht es auch so, und wir haben jetzt eine halbe Stunde, ich habe noch eine Schlussfrage für eine Schlussrunde, es gibt noch die Möglichkeit, dann ein Schlussstatement zu Rahmenbedingungen, Digitalisierung generell zu machen, aber jetzt würde ich gerne ein bisschen ans Publikum übergeben, wir brauchen allerdings das Mikro, also damit auch unsere Leute, Zuseher und Zuseherinnen, was wir kriegen. Hallo, funktioniert es? Es sollte, ja, ja. Also ich hätte noch eine Frage zum Thema Blockchain, und Blockchain. Aber man muss trotzdem laut reden, Ich hätte eine Frage zum Thema Blockchain und DSGVO. In der Blockchain werden ja auch Daten gespeichert, und da ist es ja so, dass diese Daten unveränderlich sind. Und in der DSGVO ist ja der Hintergrund, dass man das Recht auf Vergessen hat, und dass es dort auch einen Ansprechpartner gibt für Datenfragen. Wie ist Ihre Meinung bezüglich Blockchain, weil diese Blockchain ist ja jetzt nicht nur für Kryptowährung gedacht, sondern in Zukunft auch für Verträge, im HR-Bereich sind da die Begehrlichkeiten sehr groß, ganz unterschiedliche. Und da stellt sich die Frage, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie die DSGVO auf die Blockchain anzuwenden ist? Dankeschön. Was ist das, was ich auch gemacht habe? Na. Nein. Ja, du! Ehrlich. Endlich. Ich glaube, das hätte niemand sein höchste Antwort. Sehr spezifisch. Sie haben es gerade gemacht. Eine sehr spezifische Frage natürlich, ja. Aber es ist nicht unspannend. Keine Ahnung. Also es ist auch nett, wenn das Publikum die Politik darauf aufmerksam macht, dass es auch neue Themen gibt, die wir noch gar nicht diskutiert haben, aber es ist halt auch schwer zu erwarten, dass es überall dann eine Antwort darauf gibt. Ja, klar. Ja? Wir sind hier losgekommen. Ja, es kommt mir nochmal. Ich habe mir kurz ein paar Punkte aufgeschrieben, wozu ich was sagen möchte. Das eine ist, der Herr Hanger hat gesagt, wie das ist mit den Maßnahmen, die die verschiedenen politischen Parteien vorschlagen, für ein Ziel, das sie alle gemeinsam akzeptieren. Nun, nein, das ist so in einem Spektrum. Und ich denke auch, dass wir wissen, dass je nachdem an welchem Ende des Spektrums man andockt mit seinen Ideen und Fragen oder was wissen möchte, man überschissende Lösungen und untaugliche Lösungen findet oder am anderen Ende vielleicht auch noch gar keine. Damit muss man leider leben und bis man das besser koordinieren kann, dafür ist unsere Regierung und sind die Experten und das Parlament gefordert. Das wird nicht so bleiben, hoffe ich, aber es ist jetzt so. Das Thema nächstes, Sicherheitslöcke nicht schließen, würde bedeuten, gefährdet die gesamte Infrastruktur der IT im Land. Das heißt, das kann nicht wirklich jemandes Idee sein. Und wenn man einen Bundestag haben will und braucht man derzeit genau diese Lösung und daher ist sie absolut abzulehnen. Neue Instrumente und Rechte für die Polizei. Ich bin dafür, dass man die vorhandenen Rechte und Möglichkeiten intensiver und besser anwendet und gezielt einsetzt und nicht nach neuem Schrei so lange das vorhandene noch nicht gut und effizient genutzt wird. Und das ist so, weil es gab ja auch die Geschichte mit den Vorratsdaten und mit der Überwachung der Daten über die Handys und sonst was und dann hat es eine statistische Beantwortung im Parlament gegeben, wie viele Einsätze hat es gegeben für den Fall, für den begründet worden ist. Im unteren Prozentbereich ist einfach eine Schande. Zum Thema Klarnahmen. Ich bin absolut gegen die Klarnahmen und zwar deswegen, weil wenn man Klarnahmen in Social Media verwendet, dann ist man persönlich identifizierbar und auch attackierbar bis zum Wohnort, bis an die Adresse, wo man wohnt und das ist ein Gefährdungspotenzial, das ist erheblich. Daher, wenn schon identifiziert, dann sollte es Pseudonyme geben, die identifiziert sind demjenigen gegenüber, der die Pseudonyme verwaltet. Derzeit ist es ja so, dass auch Facebook sowas verlangt von Zeit zu Zeit. Es ist noch nicht durchgesetzt. Also das meine ich, dass man das so machen könnte. Der Fall, Sigi Maura ist einer, der freut ein bisschen aus der Art, weil das Ganze, was ich sage, gilt natürlich nur für Privatpersonen und nicht für Personen öffentlichen Interesses, deren Gesicht man sowieso schon aus dem Fernsehen kennt. und wenn du vorbeigehst mit einem Pseudonym in den Social Medias, werden sie die trotzdem kennen. Das nutzt du also gar nichts. Kommst du bitte zum letzten Punkt? Ich bin schon da. Es gibt Urheberrechnis zu schützen, ja, derzeit gibt es außer den Upload-Filters keine Lösungen. Man sollte warten, bis man etwas Gescheiteres hat. Und die Datenhoheit ist etwas ganz Wichtiges, der letzte Punkt. Datenhoheit ist ganz unheimlich wichtig. Ich bin der Meinung, man darf, man muss sorgen dafür, dass es nicht zu einem Geschäftsmodell von Firmen werden kann. Also keine wirtschaftliche Nutzung wie im Adresshandel beispielsweise. Oder wie du die Cookies erwähnt hast, dass wenn ich überhaupt vorgesehen 15 Kategorien durchklicken muss, was will ich, was will ich nicht, da wird man alt und es funktioniert nicht. Danke. Danke. Ich wollte wirklich fragen, war ein Co-Referat. Ich habe ja mehr vorgeschlagen, vielleicht mag er auch noch eine Partei kriegen. Das nächste Mal. Aber wir Politiker können das ja auch setzen. Hinten eine Frage. Was ich verstanden habe, ist, dass die Meinung, wie wichtig Grund- und Freiheitsrechte sind, ein bisschen auseinander gehen. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum man die Sache nicht grundsätzlich von der Erfolgs... also davon abhängig macht, ob es erfolgversprechend ist oder nicht. Alle von der ÖVP oder von der letzten Regierung gebrachten Vorschläge in Bezug auf Cybersicherheit, was eigentlich bedeutet, die Sicherheit des Netzs und nicht die Sicherheit der Polizei, lassen sich ja überprüfen, weil sie sind ja nicht vollkommen ohne Hintergrund. Ist ein Instrument geeignet, das Ziel, für das es vorgeblich zumindest eingesetzt werden soll, erreicht oder nicht? Und ich kann nicht sehen, dass auch nur irgendeines, inklusive des Urheberrechts, Dingsbums, dass da lange genug diskutiert wurde. Es erreicht nichts davon, das Ziel. Und ich habe wirklich den Eindruck, als Nicht-Expertin, dass in der Politik vor allem auf der Seite der ÖVP und ganz besonders natürlich der FPÖ auch nur irgendjemand eine Ahnung hat, was ist das Internet. Wirklich. Sie haben weniger Ahnung, als ich und ich habe schon keine Ahnung. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch anschließen, das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, die Evaluation all dessen, was wir hier tun. Es gibt ein Projekt von einem der Mitveranstalter hier, Epicenter Works, den Handlungskatalog zur Evaluation der Antiterrorgesetze, ein etwas bäriger Name, aber genau darum geht es. Wir müssen uns sehr genau ansehen, ob die Maßnahmen zielgerichtet und wirksam sind. Ja, Andreas Zack, ich arbeite für Epicenter Works. Ich wollte mal eine Frage stellen, die so noch nicht gekommen ist, weil sie mich seit Jahren wundert. Und zwar, wenn ich mir im Bundeskriminalamt die Meldestelle für Internetkriminalität anschaue, dann sehe ich da, die Erstattung einer Anzeige via Meldestelle ist derzeit noch nicht möglich. Und das ist 2019 und das ist die Frage, wann sind wir denn so weit, dass wir Anzeigen online machen können? Irgendwann in Absicht, ich meine, der Staat darf von mir einbrechen in meinen Computer, aber ich kann ihm keine E-Mail schicken mit einer Anzeige. Mag das, wer beantwortet? Das ist nicht das Einzige, was man noch nicht online machen kann. Mein Geldbörsel wurde vor, habe ich letzte Woche verloren. Führerschein online bestellen? Nein, natürlich nicht. Ich gehe zum Amt und darf einmal 14 Stunden gefühlt warten, bis sich da irgendwas weitergeht. Also natürlich muss das alles viel, viel schneller gehen. Wir sind da... Unterstützungserklärung in der politischen Partei. Ja, genau dasselbe. Man tut ja auch Bevölkerung damit teilweise ausschließen, das darf man ja auch nicht vergessen in dieser ganzen Thematik. Der Postweg ist oft nach wie vor der Usus in der öffentlichen Verwaltung und das muss sich schleunigst aufhören, weil natürlich auch sehr viele Möglichkeiten neu dadurch entstehen. Das heißt, wir haben das Thema Digitalisierung in der Verwaltung. Das haben wir wirklich noch nicht gehabt. Wobei, wenn ich jetzt vielleicht auch den Standpunkt einnehme darf, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich da schon etwas getan hat in den letzten Jahren. Wir sind wahrscheinlich noch nicht am Ende des Weges angekommen und da werden wir auch Konsens haben, dass man da natürlich die Chancen der Digitalisierung nutzen kann. Aber das ist schon so, weil sie zum Beispiel Wahlkarte beantragen, das geht über das digitale Gemeindeamt. Also irgendwie so darzustellen, dass Österreich da gar nichts macht und das würde ich jetzt einmal nicht so stehen lassen wollen. Und zur Diskussion, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass die ein bisschen einseitig geführt wird. Ich glaube, man müsste halt natürlich auch mit Sicherheitsexperten dieses Thema diskutieren und ich glaube, da wäre schon fair und legitim, halt auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die halt aus dem Sicherheitsapparat, die da halt, also ich nehme halt schon auch wahr, in der politischen Debatte, wenn ich mit Exekutivbeamten rede und wenn ich mich in dieser Szene bewege, da wird nicht jetzt von Extremen oder sonstigen was, sondern da wird von seriösen Beamten schon auch der Wunsch geäußert, dass man andere und bessere Instrumente brauche, um zum Beispiel für Cybersicherheit, also auch diese Meinung ist legitim, die wollte ich nur kurz auch einbringen. Und vielleicht nur noch ein Beispiel vor einem sehr skurriles, Sondersitzungen im Parlament einberufen, geht nur mit einer Unterschrift, einer händischen Unterschrift. Das darf aber nicht gescannt und per E-Mail geschickt werden, sondern das muss gefaxt werden an die Parlamentsdirektion. Also wir hatten letzten Sommer den Fall, dass eine Sondersitzung einberufen wurde, ich glaube gemeinsam von uns und der SPÖ oder nur von uns, ich weiß es nicht mehr genau, und wir dann gesucht haben, wo kriege ich noch Faxgeräte her, weil wir in Abgeordneten im Urlaub sind und da passt halt eine gewisse Anzahl und Unterschriften, wenn wir sonst jetzt, das ist dann skurril. Aber ja, natürlich ist das skurril, aber natürlich gibt es auch die Initiativen, da Österreich entwickeln zu wollen, also irgendwie das Österreich darzustellen, als sind wir die aller Hinterwölzler-Pänkler, also das lehne ich schon Europa. Also es gibt schon viele, ich meine, dass das der Großteil da so sagen wird, okay, nicht mehr zur Kenntnis, aber da alles zu sagen, wir sind die Hinterwölzler, also das heult ich schon wirklich ein bisschen dafür. Ich glaube, das wurde nicht überhöhten. Naja, wenn dann die Einzelbeispiele gebracht werden, also bitte. Ja, aber okay. Ja? Dann haben wir ein Mikro. Mikro. Darf ich dazu kurz eine Frage anschließen und danke, dass Sie es gesagt haben, dass wir Experten hören wollen. Ich weiß, dass viele NGOs viel Zeit investieren, EPICENTER WORKS, auch die Digital Society, um Stellungnahmen zu Gesetzen zu machen. Jetzt würde meine Frage an die anwesenden Panel sein, warum werden dann die Zyklen reduziert, Stellungnahmen ignoriert und zum Beispiel, wenn ich den Artikel 13 auf Artikel 17 umbenenne, habe ich das Problem nicht gelöst, nur ein Workaround geschaffen. Können wir dazu was sagen? Bitte. Also ich habe jetzt zweimal an einer Diskussion teilgenommen zum Thema Zivilgesellschaft, NGOs. Die erste Diskussion war vor einem halben Jahr in etwa, da kam die gleiche Kritik. Und ich habe die Kritik sehr ernst genommen und habe auch in der Diskussion gesagt, als Parlamentarier lehne ich das auch ab. Ich will für Gesetze ordentliche Begutachtungsfristen. Aber jetzt erzählen wir was. Jetzt haben wir das Freispiel und da war natürlich Kritik aus den Oppositionsparteien durchaus berechtigt, vor einem halben Jahr. Nur sage ich Ihnen was, wie es das Freispiel der Kräfte war im Parlament, hat man das sehr schnell vergessen, dass er eigentlich jedes Gesetz eine ordentliche Begutachtungsfrist braucht. Also Wasser predigen und Wein trinken, das kann ich dazu sagen. Ich bekenne mich zu ordentlichen Begutachtungsfristen, aber das sollten alle ernst nehmen und nicht immer nur in die Regierungsparteien gerichtet. Und das war so. Freispiel der Kräfte, Fristsetzung, sind doch gesetzfertig. Und es war tatsächlich so. Also die Oppositionspartei, die das so kritisiert haben, vor einem halben Jahr haben sie gar nicht anders gemacht. Wir sollten uns committen dazu. Nein, das muss ich schon sagen. Also da muss ich schon ein paar Punkte korrigieren. Also die Begutachtungsfrist macht man bei Regierungsvorlagen und das ist die Aufgabe der Regierung. Und wir kennen, das ist der Ansatzschmäh der ÖVP, einen Trägerraketenantrag einzubringen und dann einfach schnell das gesamte rechtliche Gesetz in den Abänderer und ab geht die Post und es hat überhaupt nie jemand gesehen. Das stimmt. Also du hast glaube ich jetzt nicht aufgebaut, was ich gesagt habe. Moment, Moment, Moment. Moment, also es ist schon, also die autoritären Tendenzen, die Verkürzung von Begutachtungsfristen, wir hatten auch schon Situationen, wo dann, wo vor Ende der Begutachtungsfrist Entwürfe ausgeschifft worden sind, etc. Also da jetzt so zu tun, als wäre das ein Problem, das jetzt über alle Parteien gleich verteilt ist, das halte ich schon für einfach völlig unangebracht, wenn man sich die Praxis der ÖVP, die die letzten 30 Jahre in der Regierung war, anschaut, was diese Dinge betrifft. Und das natürlich in einer Situation, wo freispielender Kräfte ist, eine andere Situation, also sich historische Möglichkeiten ergeben, ist eine andere Situation, als ob ich von einem Ministerium aus mit hunderten Leuten an Staff und mit einer ganz anderen Situation, was die Ressourcen betrifft, absichtlich einen restlichen Abgeordneten im Parlament vorbei agiere. Also das ist schon die Politik der ÖVP. Nein, 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 das lasse ich so nicht stehen. Das lasse ich so nicht stehen. Ich habe ganz klar die Frage beantwortet, dass ich mir das Parlamentarier zu ordentlichen Begutachtungsfristen bekenne. Das ist ja eben. Ja, naja, naja, und ich habe ganz klar gesagt, dass da gehören ordentliche Fristen her beim Gesetzwerdungsprozess. Aber das weiß ich nur noch hin. Und bei der Diskussion bin ich dann kritisiert worden und den Wahnsinn, was die ÖVP macht, nur wenn man sich offensichtlich die Chance ergibt, es selbst auch tun zu können, und man setzt gar keine Fristen, ich meine, das war für mich nicht okay, nicht mehr, nicht weniger. Aber es ist ein massiver Unterschied, es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Ministerium dahinter habe, oder ob es so ein Abgeordneter ist. Man kann nicht weiterbringen, aber man kann nicht mehr ausreden und weiterbringen. Und der zweite Punkt, und den muss man schon anmerken, zu den Begutachtungen ist, auch wie mit den Einwürfen, die gekommen sind, umgegangen wird. Und das war in der letzten Regierung wirklich nicht in Ordnung, weil das wurde immer beiseite gewischt, es wurde ignoriert, das geht nicht mehr, Epicenter Works weiß das wie kaum jemand anderer, es wurde einfach nur ignoriert, das können wahrscheinlich hier viele bestätigen, es wurde nicht mit einer Wimper darauf eingegangen, in irgendeiner Debatte, von keinem einzigen Regierungsmitglied, oder von Abgeordneten der Regierungspartei, wurde darauf hingewiesen. Also das muss man schon dazu auch anmerken. Wir sind zur Ordnung gerufen worden, das betrifft natürlich schon auch die Netzpolitik, aber nicht nur die Netzpolitik. Gibt es noch Fragen? Ja? Zwei Fragen gibt es da noch? Ich würde sagen, wir machen bis um halb, es ist eh schon bald halb, und um halb machen wir dann die Schlussrunde. Also die zwei Fragen noch, und dann machen wir die Schlussrunde. Ja? Okay, drei. Ich weiß nicht, ob das eine Frage in dem Sinn ist, aber ich werfe das jetzt mal rein. Ich weiß nicht, ob Sie alle hier Car2Go, DriveNow und so weiter kennen, diesen Autodienstleister, da tut man sich, wer es jetzt nicht kennt, mit einer App anmelden, sucht sich ein Auto per GPS, geht hin, gibt den Code ein, dann kann man das fahren, das wird minutenweise abgerechnet, und das zahlt man dann. Finde ich super. Vor einigen Wochen ist irgendwie in den sozialen Medien aber so kursiert, von wegen, weil die ja alle mit GPS laufen, also das Handy gekoppelt mit dem Auto, dass die ja ganz genau dann wissen, also Car2Go und DriveNow, wie schnell man gefahren ist. Das heißt, wenn man schlau ist und weiß, wo die Blitzer sind und zwischendurch dann doch schneller fährt, hat man das mit dem privaten Auto, was ich nicht mache, ich hüte natürlich die Straßenverkehrsordnung. Ja, mit dem privaten Auto kein Problem, wenn man mit Car2Go fährt, anscheinend, das weiß ich selber nicht, ich habe das nur gelesen, kriegt man dann ein nettes Schreiben, dass man das unterlassen soll, weil man sonst gesperrt wird, was zwar auch eine Berechtigung hat, aber andererseits ist das ja datenschutzrechtlich, finde ich nicht ganz okay, dass die jetzt checken, wie schnell oder nicht schnell ich fahre. Das wollte ich kurz mal einwerfen. Wir sammeln jetzt drei Fragen und ich habe es aber aufgeschrieben, das heißt, es wird beantwortet. Der Herr da vorne, bleiben wir gleich da, wir haben drei Fragen. Also ich hätte noch eine Frage zur Upload-Filter-Debatte. Also der Schutz der Rechte für Künstler und Künstlerinnen muss ja immer dafür herhalten, dass der Upload-Filter eingeführt wird. Und aus meiner Sicht geht es an der Zielsetzung komplett vorbei, weil die Künstlerinnen und Künstler können eigentlich nur durch eine Reform der Verwertungsgesellschaften eigentlich unterstützt werden. Und die Frage, meine Frage an alle wäre eben, ob es auf europäischer oder auch auf nationaler Ebene irgendwelche Überlegungen gibt, was die Reform der Verwertungsgesellschaften betrifft oder auch die Möglichkeiten der Einflussnahme der Konzerne, die die Verwertung vornehmen, auf die Verwertungsgesellschaften. Das Thema Digitalisierung beschäftigt mich nicht, weil ich so ein Digi-Fan bin, aber weil ich im Moment konfrontiert bin mit dem Thema Smart Meter, das Ihnen möglicherweise auch schon begegnet ist, wo es auch um Digitalisierung geht und zwar um eine Systemdigitalisierung, nämlich dem Ablesen des Stromverbrauches in den einzelnen Haushalten. Und für mich ist das ein Thema, das mich einerseits, was das Thema Datensammeln anbelangt, beschäftigt, andererseits Thema Gesundheit, drittes Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenschonung, Energiesparung. Es wird argumentiert, dass das Smart Mieter helfen soll, Energie zu sparen. Das ist für mich, für meinen Hausverstand nicht nachvollziehbar, denn dieses digitale Messgerät des Smart Mieters braucht mehr Strom wie das alte Messgerät der Ferraris-Messzähler. Außerdem müssen die Daten, die gesendet werden, gespeichert werden. Also wir wissen, jeder Klick verbraucht Strom. Alle Daten, die gespeichert werden, brauchen Strom. Sie müssen in riesigen Servern, die mit wahnsinnig viel Energieaufwand betrieben werden, gespeichert werden. Ich möchte gerne meinen alten Ferraris-Zähler behalten. Das ist in Österreich nicht möglich. Bis jetzt. Obwohl es im Gesetz drinnen steht. Ursprünglich im LWOG-Gesetz steht drinnen, es ist der Wunsch des Endverbrauchers, dem Staat zu geben, dass er seinen alten, mechanischen Stromzähler behalten darf. österreichische Lösung, eine geschwinde Verordnung des ehemaligen Wirtschaftsminister Mara. Es ist kein digitales oder kein intelligentes Messgerät, wenn man ein paar Funktionen abschaltet. Für mich ist es nicht logisch, weil wenn ich in einem Hausfenster zumauere, ist es trotzdem noch ein Haus. Jetzt ist meine Frage, wie ist es möglich, dass ich trotzdem meinen alten Ferraris-Zähler behalte im Interesse von mir und auch unserer gesamten Gesellschaft. Fangen wir von hinten an. Kann jemand die Frage zum Thema Smart Mieter beantworten? Nein. Sehr speziell natürlich. Nein, wie man den alten Zähler behalten kann, weiß ich auch nicht, aber ich kann sagen, was die grüne Position dazu ist. Es gibt ja noch ein anderes Problem der Fernabschaltung von Strom, der Smart Mieter geht. Unsere Forderung ist, also wir waren schon damals immer dafür, dass das Opt-in- und in der Opt-out-Geschichte sein muss, wir wollen, dass das physisch am Zähler selber geht, also dass man direkt am Gerät ausschalten kann, also aussteigen kann quasi, aus der Datenübermittlung. Das würde, glaube ich, Ihre Interessen jetzt am ehesten treffen. Es ist trotzdem mit der alte Zähler. Was die Nützlichkeit von Smart Mieter betrifft, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es gibt natürlich den Punkt, aber davon sind wir insgesamt weit entfernt, wenn wir von Klimakrise, erneuerbare Energie, also kleinteilige Erzeugung von Energie, wenn ich Strom wieder ins Netz einspeise, brauche ich eine andere Möglichkeit, also da braucht man tatsächlich Messungsmöglichkeiten, Abrechnungsmöglichkeiten, braucht man aber auch smarte Netze, also das ist insgesamt nur, ich glaube aber, dass das eigentlich anders lösbar wäre und dass das, also so wie die Diskussion zu Smart Mieter gelaufen ist, ist es eine Bequemlichkeit der Betreiber und eben nicht die Interessen da. Und die Interessen der Kunden, also der Endverbraucher, wird ein und der Staat, also die Kontrollkonfliktion, die in keiner Weise wahrgenommen wird, sondern die Vorbereitung zusammenbinden. Das ist ja im Prinzip jetzt gesagt. Andere Stellungnahme dazu. Ich habe bis heute geglaubt, dass das Opting Out noch möglich wäre. Opting Out ist möglich, aber es ist ja trotzdem ein intelligentes Messgerät, weil es kann, es steht auch unter Anforderungen drinnen, das Gerät muss eingeschalten werden können von der Ferne. Das bleibt. Ja, aber... ...abgelesen werden können. Was heißt das, genau, aber was heißt das dann letzten Endes? Das war jetzt erst eine Frage. Machen wir weiter mit dem Katakow, dann machen wir die Upload-Filter zum Schluss. Nur ganz kurz Katakow, weil das ist eine spannende Diskussion. Also zum einen sind es natürlich die AGBs, die die privaten Firmen hier vorgeben. Also das, was wir dann letzten Endes unterschreiben, und davor lesen oder nicht lesen. Das ist halt... Was auch noch viel heftiger wäre, dass es ja immer wieder Diskussionen gibt, dass solche Daten dann auch genutzt werden könnten, sollten, in irgendwelche Zukunfts-Zubin, wo dann die privaten Unternehmen quasi als Hilfs-Scheres fungieren würden. Und das geht für mich dann letzten Endes in eine komplett falsche Richtung. Also das eine sind halt wir als Bürger, unterschreiben wir sie ein oder nein. Es ist ein komisches und mir auch ein mulmiges Gefühl. Und das andere, und das ist aber eine Diskussion, die ich glaube, die kommt in den nächsten zehn Jahren auf uns zu, inwieweit werden wirtschaftliche, also privatwirtschaftliche Anbieter hier Hilfs-Scheres spielen. Das haben wir ja in anderen Bereichen schon, Stichwort Plattformen etc. Und das ist für mich undenkbar. Und da ist eher für mich der Punkt, egal wie sensibel wir sind, wir müssen noch sensibel sein, um diese Themen überhaupt zu Themen zu machen. Das dürfen sie auch nicht. Also nach der DSGVO, wenn das stimmt, dass sie die Geschwindigkeit messen und speichern, dann muss man sich beschweren bei der Datenschutzbehörde. Das ist einfach nicht die Frage. Das wäre ein großer Tipp. Also der Tipp wäre, sich bei der Datenschutzbehörde, naja, mal probieren wir es aus. Ja, aber man kann nicht sagen, man macht es nicht. Also ich würde mich auch beschweren. Okay, gibt es noch etwas zum Katowko? Sonst würde ich jetzt sagen, die wahrscheinlich von diesem Podium am ehesten zu beantwortenden und wenn da eher so diskutierendste Frage war, als die Reform der Verwertungsgesellschaften als Alternative zu den Uploadfiltern, also sozusagen als Urheberrechtsthema, was ist da die Stellung dazu? Also ganz ehrlich, ich bin da zu wenig im Thema drinnen und da jetzt eine sehr seriöse Antwort. Ich kann das aber gerne nochmal, wenn Sie wollen. Also ich habe das auch auf den Brief gebracht, weil die Siege gesagt haben, Sie schickt den Fokus ja auch woanders hin und der Fokus liegt genau dort auf den Fernseher. Also ich kann nur, mir persönlich ist immer wichtig, eine sehr problemlösungsorientierte Politik und wenn das Ansätze sind, sollten wir es diskutieren und gemeinsam gut überlegen, ob das ein vernünftiger Ansatz sein kann. Macht auf jeden Fall Sinn, darüber zu diskutieren. Also wir wissen ja auch in Österreich, wie das aktuell abläuft und dass das durchaus erstaunliche Strukturen sind, die da, jeder weiß, der mal Lautsprecher irgendwo aufgetreten hat. Also diese AKM-Systeme, die da... Ja, ja, genau. Also das ist ja absurd, mit welchen Abgaben da und wie und teilweise gearbeitet wird. Also dass das reformiert gehört, ist absolut notwendig, strengstens notwendig und schnell notwendig. Es geht ja noch viel lustiger, weil in Deutschland hört man ja die Geschichten, dass Kindergärtnerinnen dazu ausgefordert werden, wenn sie mit den Kindern und der Gitarre wieder spielen, Abgabe an die GEMA zu leisten. Da geht es uns fast noch gut. Aber es soll ja nichts Schlimmeres passieren, dass es die GEMA, die Publikum gibt, die mitgenommen werden, dann eben auch im Parlament oder in den Wiener Landtag, Sachen, die man diskutieren kann, die Ihnen wichtig sind. Ein spannender Punkt auch da ist natürlich wieder, dass das von jedem Land in der Europäischen Union anders gehandhabt wird, was ja auch in den Schritten, die wir gerade gehen, gerade wenn wir über Digitalisierung und so weiter reden, auch etwas ist, was man zumindest überdenken muss. Gut, wir kommen in Anbetracht der Zeit, aber auch ganz generell zur Schlussrunde. Wir wollen ja irgendwann einmal auch hier wieder rauskommen. Und da soll es jetzt nochmal gehen, einerseits ein bisschen ein Fazit sozusagen aus dem, also auch was Sie jetzt hier wahrgenommen haben, was das Publikum interessiert, was auch die drei Gesellschaften, die das hier organisiert haben, interessiert hat auf Basis der Fragen, aber auch Rahmenbedingungen der Digitalisierung, die zu schaffen sind. werden wir gleich wieder zusammengehen. Und da haben wir auch noch es, dass wir alle im Tiefe das hier optimisten haben. wir sind immer noch in die Zukunft. Und da sind ja auch in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns nicht nur für das in die Zukunft und wir befinden uns hier im Theater, aber auch in die Zukunft gehen. Und da sind ja auch in die Zukunft. Und da sind also auch in die Zukunft. Und da sind ja auch in die Zukunft. Und da haben auch in den Absatz, und da sind ja auch die Einflügel. Was bedeutet das für die Verteilung von Geld und Verteilung von Einkommen in der Gesellschaft? Aber auch genauso technische Themen wie der Breitbandausbau und Ähnliches. Was ist sozusagen die Perspektive der jeweiligen Partei, die Perspektive der jeweiligen Organisation, die Perspektive der jeweiligen Politik für die nächsten mindestens vier Jahre? Wie viele Minuten? Wie viel Energie haben wir noch? Also nach fünf Minuten wäre ich was eigentlich schreien. Also maximal, ich würde sagen drei Minuten bis maximal fünf Minuten. Drei Minuten, dann kommen wir irgendwann einmal aus. Ich versuche drei Minuten. Wer mag anfangen? Also jetzt kann jeder, der will. Also ich glaube Breitbandausbau, 5G und Co. sind wir uns ziemlich einig, das muss her. Und KMUs und EPUs brauchen auch irgendeine Art der Unterstützung, das von dem Netz, von der Leitung, das bis in die Firma hineingelegt wird. Das sind momentan große Missstände. Und dass sowohl 5G als auch Breitbandausbau österreichweit inklusiv hergestellt werden muss, ist jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe, dass das eingehalten wird. Aber ich meine doch... Wie vielleicht auch noch? Wie wir es machen? Eine Idee. Unser Zugang war relativ simpel. Unser Zugang war, die Lizenzen, die Frequenzen so weit zu verkaufen, dass wir am Ende noch investieren können und damit auch eine Handhabe hatten, in welchen Bereichen, wo und wie Breitbandausbau ausgebaut wird. Sie wären darauf eingehen, nehme ich an. Der Zugang Ihrer Partei war ein bisschen ein anderer. Unser Anspruch ist einfach, dass wir in den nächsten Jahren... Sie haben das an die Wirtschaft ausgelagert und haben gesagt, macht es einfach. Stimmt ja nicht. Okay, trotzdem. Ich glaube, der Breitbandausbau hier... Nein, trotzdem stehen da, aber das andere Ding. Entschuldigung. Ich glaube, der Breitbandausbau ist hier dem Raum ziemlich klar. Wir brauchen, und wir brauchen möglichst schnell, wir sind im Verzug, wir brauchen Symmetrie und wir brauchen Flächendecken. Mein Appell war noch zusätzlich, vor allem für EPI und KMU hier eine Unterstützung einzubringen, von dem Kabel bis zur Firma. Ich möchte aber wirklich auf zwei wesentliche Punkte gehen. Das eine, die Arbeitsmarktpolitik. Wir wissen aus vielen Studien, dass es unterschiedlichste Zahlen gibt, was verschwinden wird und was passieren könnte. Das Wesentliche für uns ist immer noch, dass wir heute Arbeitnehmerinnen und Nehmer von jetzt mitnehmen, dass wir Arbeitnehmervertretung stärken, dass wir Bildung aus und Weiterbildung möglich machen und trotzdem, wenn wir vier hier am Podium ehrlich sind, werden wir auch nicht alles schaffen. Fokus, Kern ist, dass es zu Entlastungen führen muss, dass die Digitalisierung uns helfen muss und dass Entlastungen möglichst nicht stattfinden oder der Arbeitnehmerinnenschutz so weit fortgeschritten ist, dass Menschen aufgefangen werden. Das ist ein Projekt, das wir in Österreich diskutieren müssen. Das ist ein Projekt, das wir mit den Gewerkschaften diskutieren müssen, nicht auf die Art und Weise, wie es die Regierung macht, nämlich, dass die Arbeitnehmervertreter de facto ausgeschlossen werden. Das ist etwas, was wir auf EU-Ebene diskutieren müssen. Stichwort neue Arbeiten, neue Arbeitsmethoden, Stichwort Arbeit auf Plattformen. Das sind alles Bereiche, wo wir über die Landesgrenzen hinaus Regelungen brauchen. Und das wird nicht gehen in einem Drüberfahren durch nationale Regierungen, sondern das wird nur am Schulterschluss funktionieren und das wird nur dann funktionieren, wenn man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch zuhört. Das ist der eine Fokus. Drei Minuten lang. Mittelfristig, wenn wir nicht endlich in unserem Schulsystem etwas ändern, auf der Meta-Ebene, wo wir noch viel sagen könnten, aber auch im Fokus. Soziale Räume wie Social Media gehören dazu. Wir müssen unsere Kinder und Jugendliche da hineinführen. Es fehlt nichts daran dabei. Wir müssen den Umgang mit den Devices lernen, mit Handys und Laptops, aber wir müssen auch die Handy-freie Zeit lernen. Wir müssen einen bewussten Umgang lernen und wir müssen schauen, dass Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene einfach hier nicht in einen digitalen Anhaltsorbitismus hineinfrasten, sondern Chancen gleiche tanzen. Ganz kurz, ganz kurz Zwischenfragen, Nachfragen. Sehr schön, das Thema 5G, brav, wie wir es von den Lobbyisten gelernt haben beim Thema Breitband kam. Reden wir mal über tatsächliches Breitband, Glasfaser. 5G ist ein shared-medium, ein geteiltes Medium, das ich mit vielen Geräten und Usern teile. Glasfaser wäre die nachhaltigere Lösung. Was passiert, wir hören seit 30 Jahren, seitdem es eine schwarz-rote Regierung in irgendeiner Form gibt oder seitdem die ÖVP in der Regierung ist, in irgendeiner Form, davon, dass Glasfaser ausgebaut werden sollte. Ihr Kollege, der Herr Rübig, hat 2013 gesagt, bis 2020 haben wir 100 Mbit, davon sind wir weit, weit entfernt. Die einzige Antwort, die ich immer höre, jetzt auch wieder gehört habe, war 5G. Es sind sich alle einig, 5G ist eine nette Vorläufertechnologie für 6G, aber das war es dann auch schon. Was ist mit dem Glasfaser, wo andere Länder flächendeckend, Schweden, Singapur, whatever, mehr oder weniger flächendeckend Glasfaser haben und nur noch die Endpunkte austauschen und von 100 Mbit auf mittlerweile 10 Gigabit abgegradet haben. Und wir kämpfen in Wien nicht nur am Land, sondern auch in Wien mit Bankbreiten im einstelligen Mbit-Bereich. Dann reden wir über Silikonieren. Kurz replizieren. Entschuldigung, was machen wir? Die Frage, hallo, verstanden. Das musst du ja hören und dann gerne... Mit der Regierung Kern ist wirklich begonnen worden, hier endlich zu investieren. Das war... Na ja, schauen wir uns die Frage. 15. 15. Ich bin schon. Okay, also wenn ihr bitte rössern dürft... Dass ich davon überzeugt bin, dass das zumindestens 10 Jahre spät ist, können wir uns jetzt beide vorstellen. Zumindestens 10 Jahre. 5G führt aus dem Grund ins Treffen und ich bin mit der Kritik vollkommen bei dir, weil wir heute die Situation haben, dass wir kleine Betriebe haben, die zumindestens gern irgendwie einen Anschluss einer halbwegs vernünftigen Datenleitung hätten. A1, Telekom und Co. nette Antworten liefern und wir in manchen Bereichen mit 5G, zumindestens, so wie du richtig sagst, Übergang irgendeine Lösung anbieten können. Ich bin davon überzeugt, die einzige Möglichkeit, die wir zusammenbringen, ist flächendeckend Breitband. Nur, du kennst die momentane Situation. Sonst würdest du mich so fragen. Danke. Andreas? Ich darf vielleicht zu dem Thema Stellung nehmen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, doch relativ intensiv an der Neutbreitbahnstrategie 2030 mitarbeiten zu dürfen. Und was sind die Gründe? Was sind die Gründe? Da kommt dann. Was kommt dann? Welche Zahlen? Die Bereitbahnstrategie 2040 kommt dann. 2040. Darf ich? Okay. Was sind die wesentlichen Eckthemen? Und es hat durchaus einen Paradigmenwechsel gegeben, auch im Zugang, den ich für ganz wesentlich erachte. Wir sagen ganz klar, in dieser Strategie, digitale Infrastruktur ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Jeder Bürger in Österreich und jede Bürgerin in Österreich hat das Recht darauf, digitale Infrastruktur zu haben. Da meint man Glasfaserinfrastruktur, weil die Glasfaserinfrastruktur die einzige Infrastruktur ist, mit der wir unbeschränkt Datenmengen übertragen und die Experten sagen uns halt, das ist die einzige Technologie, die auch zukunftsfit ist. 5G möchte ich auch, 5G ist uns auch sehr wichtig, weil es immer komplementäre Technologie ist und Sie haben vollkommen recht, es ist ein Shared Medium und wir brauchen den Glasfaserausbaus Grundlage, weil übrigens jeder einzelne 5G-Sender an ein Glasfasernetz angeschlossen werden muss, weil sonst schafft man die Daten ja gar nicht in die Fläche zu bringen, sind komplementären Technologien und ein klares Bekenntnis zum vollflächigen Ausbau, weil es auch eine Frage der Gerechtigkeit ist, wie ich das so salopp formulieren darf. Was ist der Zugang? Wir müssen dann unterscheiden zwischen Gebieten, die der Markt ausbaut und ich gehe auch davon aus, dass das in Wien nicht vollflächig der Markt machen wird, die Telekommunikationsbranche und wir haben Gebiete, die der Markt nicht ausbaut und vielleicht jetzt für manche überraschend, wir bekennen uns auch als ÖVP-Politiker ganz klar, das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Das heißt, wir brauchen Glasfasernetze der öffentlichen Hand, die in einem Dreiebene-Modell, wir haben eine Studienreise gemacht nach Schweden, wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut, dort wird das tatsächlich vorgelebt. Das heißt, wir haben das Netz an sich im öffentlichen Eigentum, wir haben dann den Provider, dort ist der Wettbewerb und das funktioniert in Schweden hervorragend, das haben wir uns angeschaut, das ist auch sehr gut abgebildet und vielleicht auch noch, es ist natürlich jetzt zu langsam, also diese Kritik teile ich, möchte aber schon auch betonen, dass die bisherigen Calls, das bisherige Förderregime auch nicht ganz so schlecht war, also ich darf zum Beispiel berichten aus meiner Region, wir bauen intensiv aus, weil wir da auch die Möglichkeiten der Breitband-Milliarde Lero, ein ganz tolles Programm, da nebenbei bemerkt, Access Backhaul entsprechend nutzen. Es geht vorwärts, natürlich zu langsam, aber die Grundlagen habe ich versucht zu skizzieren und da braucht es öffentliche Intervention, das sage ich als ÖVB-Günte. Also, Herr Hanger ist ein Schottenseller verbundet, was das betrifft. Nein, aber die Masken sind schon alle angebunden, das haben wir in den Kolster letzten zehn Jahren, die Masken für 5G sind alle schon mit Klassen. Nein, darf ich, wenn ich, wenn wir schon eine Fachdiskussion führen, ich will jetzt nicht Oberlehrer sein, das derzeitige 4G-Netz, das wir haben, LT-Netz, das 5G-Netz wird anders ausschauen, definitiv, weil wir wesentlich geringere Massennachstände bekommen werden und dann gedauert, abschließend bin ich wirklich schon fertig, weil wir drei Minuten längst verbraucht. Wir müssen uns auch ernst auseinandersetzen mit der Frage der Gesundheitsgefährdung, Sie kennen die Diskussion sicher auch in den Netzen. Wir, ich wollte nur, ich wollte, naja, die ist da, die Diskussion, wir müssen das, wir müssen, also da würde ich nicht lachen drüber, dafür sind ja Sorgen, weil das müssen wir schon ernst nehmen auch, wenn Bürger Sorgen haben, weil halt die Frage der Gesundheitsgefährdung auch da ist. Ich wollte nur berichten darüber, dass auch das Parlament das ernst genommen hat und es gibt jetzt auch eine, wird halt eine Studie, ich weiß, aber die österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Technik, Folgenabschätzung sind jetzt vom Parlament aufgefordert, alle Evidenzen hier zu prüfen, die es derzeit am Markt schon gibt und wir versuchen da wirklich eine seriöse, gute Antwort. Bitte noch fünf Minuten, sechs Minuten Aufmerksamkeit für die letzten zwei Schlussstatements, dann sind wir erlöst. Ich halte mich kurz. Fazit war die Frage eigentlich, dass man hier mit einem extrem gut informierten Publikum diskutieren kann und das ist durchaus auch etwas Erfrischendes in solchen Wahlkämpfen, weil das ist nicht immer der Fall und das, glaube ich, tut uns allen auch gut und ich finde es auch sehr schön, wenn hier mehrere Fragen sind oder waren in der Fragerunde, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe keine Ahnung und muss mich informieren, also das ist auch etwas sehr Positives. Zu diesem ganzen Thema Breitbandausbau nehme ich jetzt nicht lange Stellung, weil das, glaube ich, ist länger mal breiter abgehakt. Ich möchte nur zwei Dinge noch erwähnen. Das eine Thema ist die Frage, wie gehen wir mit der Digitalisierung in Zukunft um. Wir wissen, 2050, 75 Prozent der Jobs, die es dann geben wird, kennen wir heute nicht und dementsprechend ist aus unserer Sicht ganz klar die Antwort darauf die Bildung. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass jeder junge Mensch, der aus der Schule herauskommt, zumindest ein Grundwissen davon hat, was heißt der Umgang mit der digitalen Medien. Das sind Medienkompetenz auf der einen Seite, aber auch ein Grundverständnis zu Programmiersprachen. Ich verlange nicht, dass jeder programmieren kann oder ähnliches, aber zumindest verstehe, was da im Hintergrund abläuft, wie ungefähr Prozesse funktionieren. Das sollte aus unserer Sicht bei der mittleren Reife, also eben nach der Schulpflicht, nach der aktuellen, wir würden es Bildungspflicht nennen, weil es ein bisschen Andersrumssystem ist, geht jetzt soweit für drei Minuten. Aber das sollten die Grundmaßnahmen sein, die dazu sind. Das andere, was wir machen müssen, ist aus meiner Sicht den Standort Europa attraktiver machen und hier auch Innovation zulassen. Das ist ein Thema, was wir immer wieder haben, dass wir überreglementiert sind, dass es sehr schwer ist, Dinge auszuprobieren. Hier braucht es Sandboxes, hier braucht es Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, um auch in Europa hier modernes Unternehmertum zuzulassen und sich nicht nur immer mit Silicon Valley zu vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass man Silicon Valley kopieren muss, man muss einfach in Europa Innovation zulassen und das ist der zweite Punkt, den ich gerne noch ergänze. Super, danke. Großen Respekt, wir sind jetzt weit über zwei Stunden, bei zweieinhalb Stunden, ich habe heute schon eine zweieinhalbstündige oder dreistündige Schuldiskussion hinter mir, also ich bin ehrlich gesagt nicht mehr konzentrationsfähig. Das Internet ist toll, wir wollen alle, dass alle ein schnelles Internet haben. Wir müssen aber diskutieren darüber, wie man es macht. Ja, dazu kann man, also wir sind natürlich für leitungsgebundenes, also ja, es ist, natürlich ist Glasfaser die Voraussetzung, überhaupt mit anderen Dingen aufsetzen zu können. Ich möchte noch einen Punkt dazu anmerken, also ich finde es eigentlich gut, dass das Parlament jetzt diese Studie in Auftrag gegeben hat für die Aluhut-Fraktion. Nein, ich mache das ernst, weil ich sehe, dass das ernst ist, das Problem ist, muss ich sagen, auch in meiner Fraktion gibt es Menschen, die immer noch glauben, dass die Strahlung, die zwar wohl jedes schnurrlos Telefon, das sie daheim haben, wesentlich höhere Strahlung hat, als solche Sendestationen, aber ich glaube, es ist gut, also vorausgesetzt, es wird dann auch akzeptiert, dass das Ergebnis dieser Studie ist. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt eine neue Geschichte wäre, wir haben ja ganz viel empfiehltes Material zu diesem Thema und wenn dann die Aluhut-Fraktion still ist danach, dann bin ich auch froh. Ganz gut, dass ich auch für mir ein Danke, ich finde den Austausch in der Netzproduktion gemütlich immer sehr interessant, ich bin kein Vollexperte in diesen Themen, aber ich glaube, das sind bei fast allen Dingen mit dem Presenter und den Einschätzungen, dort stimmen wir überein und hoffe auch auf eine gute Zusammenarbeit für den Fall, dass wir jetzt das Parlament schaffen, was ich sehr hoffe, mit möglichst vielen Stimmen von euch. Vielen Dank fürs Durchhalten, bis zum Schluss, vielen, vielen Dank fürs Diskutieren an unsere Politiker und Politikerinnen am Podium, vielen, vielen Dank fürs Publikum, für die Fragen, fürs Dranbleiben, fürs Dasein und vielen, vielen Dank auch für alle, die zugeschaut haben. Ich sage für jemanden, der später eingeschaltet hat, noch einmal, es gibt von Epicenter Works das netzpolitische Wahlbarometer, wo man sich auch ein bisschen anschauen kann, auch für die Parteien, die heute nicht da waren, was da so für Positionen vertreten werden und dann wünsche ich jetzt allen noch ein nettes After Discussion und eine gute Nacht.